Musik Hallo und herzlich willkommen zu unserem Forum-Theaterprojekt Armut in Regensburg. Der Abend wird folgendermaßen ablaufen. Zuerst spielen wir für euch ein komplettes Theaterstück. Da zeigen wir verschiedene Aspekte von Armut in Regensburg in einem Theaterstück. Und zwischen jeder Spielszene wird per Beamer Infoblock eingeblendet, der über die Hintergründe von dieser Spielszene ein bisschen informiert. Dieser erste Teil, also ein klassisches Theater im Prinzip, wird so ungefähr eine Stunde dauern. Danach gibt es eine kurze Pause und da beginnt dann der eigentliche Teil des Abends, Forum-Theater. Wie das dann genau funktioniert, das Forum-Theater, das erkläre ich dann noch der Pause, dass er hängen bleibt. Ja, und dann schließlich zum Ausgang des Abends hoffe ich, dass vielleicht eine kleine Diskussion zum Thema Armut in Regensburg oder Armut im Allgemeinen zustande kommt. Ihr dürft gerne natürlich und solltet auch während der Vorstellung essen und trinken, damit der Wirt auch ein bisschen was verdient. Ist ein bisschen ein Deal. Ein paar Worte möchte ich noch zum Projekt sagen. Wir haben uns, als wir das Projekt gestemmt haben, so im März zum ersten Mal getroffen, haben wir da das Thema festgelegt und da haben wir so eine Recherchegruppe gebildet. Eine Gruppe hat sich mit Armut im Zusammenhang mit Kindern und Familien beschäftigt, eine andere Gruppe mit Berufstätigen und Arbeitslosen und eine dritte Gruppe mit Rentnerinnen und Rentnern. Wir haben ja versucht, die ganzen Altersstufen ein bisschen abzudecken. Natürlich gibt es Armut noch in vielfältiger anderer Formen, als Flüchtlinge oder Menschen mit Behinderung und so. Es gibt ganz verschiedische Arten. Das möchte man natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen und vielleicht machen wir auch in Zukunft zu Spezial- oder andere Themen auch noch Forum-Theater. Wir haben dann diese Recherche, die haben dann Betroffene interviewt oder auch Fachleute aus diesen speziellen Bereichen. Aus diesen Interviews haben wir dann Spielszenen entwickelt und haben dann teilweise auch eigene, selbsterlebtes reingebracht, wo da so ein Bekanntkreis so berichtet worden ist. Und eben aus diesen Spielszenen haben wir dann so ein komplettes Theaterstück da zusammen gebastelt. Die Spielszenen, die haben manchmal fast original, manchmal haben wir es natürlich ein bisschen verändert, damit es auf der Bühne darstellbar ist. Manchmal haben wir auch Szenen selbst entwickelt, wenn unser Thema sehr wichtig war, aber jetzt da nicht spezielle Geschichten dazu erfahren haben. Der heutige Abend, das ist so wie der gestrige, gestern haben wir die Prämere eben gehabt, ist so eine Art Versuchsballon. Eigentlich schon der zweite, denn wir haben ein Forum-Theater schon mal an der Uni gemacht, im Ellenberg-Theater an der Uni oben, und zwar zu dem Thema Bildung. Das hat heißen dann Hochschuldiktatur, da sehen wir die oben auch keine Bildungsentwicklung, sehr kritisch. Und damals haben wir eigentlich so ein relativ positives Feedback bekommen, dass wir uns gedacht haben, das machen wir wieder. Und unsere Idee, unser Wunsch ist eigentlich, dass es eine ständige Einrichtung wird. Dass wir alle drei, vier Monate vielleicht Forum-Theater machen zu einem bestimmten sozialen Problem. Und da vielleicht mal bitte an euch, wenn ihr Geschichten, Probleme oder einfach etwas, was euch auf die Nägel brennt, habt, vielleicht könnt ihr es uns mitteilen. Und das gibt uns doch hier ein neues Forum-Theater, dass wir das auf der Bühne mit demokratischen, aber theatralischen Mitteln versuchen zu bearbeiten. Die Technik von Forum-Theater, vielleicht wissen Sie es, einer weiß es bestimmt, stammt von dem Brasilianer Augusto Boal. Der hat das sogenannte Theater der Unterdrückte entwickelt und hat das unter den Bedingungen von der Militärdekteratur damals in Brasilien, auch in Argentinien entwickelt. Später ist er dann in Argentinien Senator geworden in Rio de Janeiro, war dann Stadtrat für den Bezirk von Rio de Janeiro und hat dann mittels Forum-Theater Probleme in diesem Stadtbezirk aufgedeckt, mithilfe von Forum-Theater auch Lösungen dafür entwickelt und die dann im Stadtrat eingebracht. Und soweit ich es gelesen habe, mit großem Erfolg, ungefähr so 50 Gesetzesänderungen gehen auf diese Initiative von Boal und Forum-Theater zurück. Und das ist eigentlich auch unser Wunschdenken. Wir möchten, dass das, was wir heute vielleicht mit Forum-Theater herausfinden, dass es nicht nur in diesen Räumen bleibt, sondern dass es irgendwie seinen Weg nach draußen findet. Ja, sei es, dass wir die Revolution ansetteln oder dass man arbeitsweise bildet oder irgendeine Art und Weise, dass es sich weiterentwickelt. Wir möchten da nur ein bisschen einen Anschluss geben oder so. Okay. Ja. Dann. Jetzt aber zum Stück. Da wir jetzt nicht nur über Armut in Regensburg spielen, sondern eigentlich auch selber ein recht armes Theater sind, bloß ihr vielleicht sieht es, weil wir ja auch komplett auf irgendwelche Dekorationen verzichten oder Hintergründe und so, sage ich immer vorher kurz an, wo das gerade spielt, dass ihr da einen Überblick habt. Okay, die erste Szene spielt jetzt in einer Schule in Regensburg, vormittag, und zwar vor dem Büro der Schulsozialarbeiterin Frau Dörfler. Wiedersehen, Frau Dörfler. Ach, hi, Renate, du hier. Hi, was machst denn du hier? Ach, die Frau Dörfler hat mir wieder einen Termin aufs Auge gedrückt wegen dem Max. Das ist immer dasselbe, weil der angeblich immer stört im Unterricht. Na ja. Und was ist bei dir? Ja, ich habe auch einen Termin bei dir, schnell was abkehren. Eigentlich nur in der Mittagspause, jetzt warte ich schon über eine halbe Stunde. Aber bei dir ist doch mit dem Steffan immer alles in Ordnung. Der ist doch so brav und hat dir gedrückt. Ja, ja, da passt alles. Na, den Termin habe ich wegen was anderes nicht. Gerade habe ich ihm noch die Brotzeit gebracht. Brotzeit? Ist der denn nicht mit den anderen? Heute gibt es doch noch kein Schnitzel mitkommen. Nee, das geht momentan nicht. Wieso? Was ist denn los? Weil wir sind halt jeden Tag 2,50. Das können wir uns gerade nicht leisten. Aber ich dachte, der Peter verdient so gut. Ja, wir sind nicht mehr zusammen. Ach nee, ihr seid getrennt jetzt doch. Ja, schon länger. Aber er zahlt ja Unterhalt, oder? Nee, macht er nicht. Ich habe jetzt auch wieder zum Arbeiten angefangen, aber das bringt auch nicht so viel ein. Ich stocke halt mit halb vier auf. Halb vier, dann ist es ein bisschen knapp, oder? Ja, schon. Das Amt übernimmt ja auch nicht die ganze Mitte. Eigentlich müssten wir denn was Kleineres nutzen. Aber find mal was. Mit die Kraftversuchung habe ich auch gerade gemacht. Aber sag mal, zahlen die nicht das Schulessen? Ja, eigentlich schon. Ich habe das jetzt beantragt, aber es hat halt noch die Bestätigung von der Schule gefehlt. Deswegen kriege ich das immer weg. Wie beantragt man denn sowas, die funktionierten lassen? Ich habe ja gar keine Ahnung. Ja, die müsste ich da auch wirklich erst reinarbeiten. Da ist es halt so, dass du halb vier immer nur sechs Monate fimmst. Und dann musst du es wieder neu beantragen. Ich habe es im Februar beantragt und im August. Und dann hat die Bestätigung von der Schule noch gefehlt, weil das neue Schuljahr ja noch nicht angefangen hat. Ach so, und dann musst du es wieder von vorn beantragen. Aber können die das nicht vorstrecken oder so? Ja, das ist schon klar, dass der dann in die Schule geht. Aber die brauchen halt die Bestätigung, dass er auch wirklich dieses Schuljahr hier in diese Schule geht. Naja, jetzt habe ich die Unterlagen zusammen und dann in ein, zwei Monaten denke ich, werden die Zuschüsse auch kriegen. So lange brauchen die, um das zu beantragen. Vorstrecken tun sie das nicht? Nee, nee, das machen sie nicht. Ja, das ist doch echt eine Schweinerei. Das kann doch nicht sein, dass der Stefan da jetzt zwei Monate lang kein ordentliches Mittagessen bekommt. Ja. Gibt es da nicht irgendwelche andere Möglichkeiten noch? Ja, ich hoffe. Deswegen, ich dachte, die Frau Dörfler kann mir vielleicht helfen. Ich habe gehört, da gibt es so einen Verein für solche Kinder, der das dann vorstreckt. Da muss ich jetzt mal schauen. Ach Mensch, ey, das tut mir echt leid. Ich wusste es ja gar nicht. Ja, die Situation ist ja auch neu für mich. Und angenehm ist es mir auch. Ach, klatsch, du kannst ja doch nichts für. Sag mal, was machst du jetzt in deinen Job? Ja, ich bin da bei so einer Firma Regale auffüllen. Regale auffüllen? Das ist doch so eine gute Ausbildung. Da musst du jetzt Regale einrollen. Ja, es gibt halt nichts. Ach so. Ja, wie machst du das jetzt mit den Kindern? Kannst du jetzt ein klein, klein, drei oder vier? Vier. Na ja, die sind schon oft allein. Der Große muss dann aufpassen. Na ja, die paar Stunden geht das schon. Abends bin ich ja wieder daheim. Der Hartz-IV-Regelsatz ist, wie man hier sehen kann, sehr detailliert aufgeschlüsselt. Einem Erwachsenen wird beispielsweise nur 1,42 Euro monatlich für Bildung zugestanden. Für unseren Fall besonders interessant ist das vorgesehene Geld für das Essen. Nämlich 4,34 Euro täglich. Also durchschnittlich nur 1,48 Euro pro Mahlzeit, inklusive Getränke. Auf eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern unter 15 Jahren hochgerechnet, macht das 12,47 Euro pro Tag. Für das Frühstück 2,72 Euro, für Mittag und Abend je 4,87. Der darin enthaltene Regelsatz für Kinder bis 6 Jahre beträgt pro Mahlzeit 0,87 Euro. Bei Kindern von 7 bis 14 1,07 und bei Kindern von 15 bis 18 Jahren 1,38 Euro. An Regensburger Schulen wird das Mittagessen für 2 oder 3 Euro angeboten. Also etwa für das Doppelte, das Hartz IV vorsieht. Im Büro der Schulsozialarbeiterin Frau Dörfler. Warum geht denn da keiner ran? Die Mittagspause ist doch schon längst vorbei. Ach, Herr Arndt, ja doch, gleich hier. Die Schulsozialfederkunde in der Mittelschule. Genau. Ja, ich rufe bezüglich des Bildungsentscheins der Frau Hänsel an. Ja, ein Kollege hat sie weiterverwiesen und... Ach, sie sind nicht zuständig. Ja, aber es ist sehr eilig und es geht schon seit Wochen hin und her. Können Sie nicht kurz nachschauen, ob... Ja, keine Zeit. Ja, wann ist denn Ihre Kollegin da? Ah, ja, können Sie ausrichten, dass ich mich schnellstmöglich zurückrufen mag? Ja, die Nummer steht dabei. Okay, wieder schauen. Boah, ist das ein Mist mit denen ihr das macht. Uff, die Frau Huber. Frau Huber? Hallo. Hallo, Frau Dörfler. Was kann ich Ihnen tun? Ja, schön, dass Sie so schnell noch einen Termin für mich hatten, aber ich warte jetzt wirklich schon über eine halbe Stunde. Tut mir leid für die kleinen Verspickung. Ja. Also es geht um den Stefan und das Mittagessen. Ich kann das momentan nicht zahlen und habe jetzt die Zuschüsse beim Amt beantragt. Und da wollte ich fragen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich die Zeit überblicken kann. Ja, passen Sie mal auf. Da gibt es so einen Förderverein. Der hilft der Schule immer mal wieder aus, wenn es mit den Finanzen schwierig wird. Ich könnte Ihnen da anbieten, dass wir... Moment. Guten Tag. Dörfler, wir haben wir bereit. Ja. Gut, der Max, ich bin gerade in der Beratung. Können wir das später machen? Ja. Tschüss. Entschuldigung, ein anderer Schüler. Ja, und gibt es da jetzt nichts? Also ich kann Ihnen anbieten, dass ich den Rektor kurz anrufe und frage, ob da noch ein Mittel zu verbinden steht. Das wäre super. Okay. Ach, Herr Mayer, Ihr Dörfler hier. Ja, ich hätte mal eine Frage. Da gibt es doch den Verein, der hin und wieder das Schulmittelessen übernimmt für die Schüler, die sich zum Gleißen bringt. Genau der. Ist da noch einen Platz frei? Nein? Ach, Sie wissen es nicht. Hm? Ah, danke, bis gleich. So, er weiß es nicht genau, der ruft jetzt nochmal einen Verein an und darf dann Bescheid und noch mit ihr zur Verfügung stehen. Und Sie meinen, das könnte noch klappen? Ja, das könnte schon klappen. Also versprechen kann ich Ihnen dann nichts, aber wir können gerne gemeinsam warten, bis er zurückgeht. Wenn Sie noch Zeit haben. Naja, ich habe es halt wirklich eigentlich gerade, aber das ist ja wichtig. Ich wäre so erleichtert, wenn das klappt. Und jeden Morgen denke ich mir, mein Gott, das arme Kind, das kriegt kein richtiges Mittagessen. Ja, das kann ich verstehen. Aber es geht wirklich vielen so wie Ihnen und das ist einfach nicht... Moment. Doktor. Ja, genau. Ja, ich habe Ihnen angegeben. Genau. Wegen dem Antrag der Frau Hensel. Ja. Wie? Sie können den doch nicht einfach ablehnen. Das kann doch... Ja, dann würde ich Ihnen jetzt empfehlen, zum Sozialgericht zu gehen. Auf Wiederschau. Äh, Entschuldigung. Ähm, wo waren wir? Ja, wie gesagt, also der Rektor ruft bestimmt gleich an und dann können wir sehen, ob das noch klappt. Und, ähm, genau. Der Rektor ruft an. Hi. Ach ja, genau. Ach, nein. Gut, äh, tschüss. Ja, das war der Rektor. Es ist leider kein Platz mehr frei. Wie, gar nicht mehr? Nee, gar nicht mehr. Es geht wirklich vielen so wie Ihnen und, ähm, das Amt übernimmt halt kein Überbrückungsgeld und die Schule kann sich dies auch nicht leisten. Aber das kann doch nicht sein, dass man da überhaupt keine Hilfen bekommt. Ja, wenn dann nur von den privaten Trägern und den St... Entschuldigung. Ja. Oh, der Max, äh, ja, ich komme gleich. Ja, Frau Huber, ähm, ich muss dann jetzt auch schon. Das war's jetzt schon. Tut mir wirklich leid. Ich sitze eine halbe Stunde draußen und warte und dann kriege ich zu hören, dass es umsonst war? Ja, es tut mir leid, aber es gibt so vielen, denen ich bei den Anträgen helfen muss. Und eigentlich bin ich ja für die Kinder da. Und jetzt hat der Max, der ist wieder ausgerastet und ich muss mich um die Kinder kümmern. Ja, danke. Mit der Hartz-IV-Reform ist der Verwaltungsaufwand der Agentur für Arbeit enorm gestiegen. Auch die Mitarbeiter der Jobcenter haben damit zu kämpfen. Seit 2005 hat es zudem rund 50 gesetzliche Änderungen im Sozialleistungsrecht und rund um das Arbeitslosengeld II gegeben. Die EDV hinkt immer noch einige Monate hinterher, wie Rainer Lipka, der Geschäftsführer des Jobcenters Gelsenkirchen, klagt. Dieser bürokratische Irrsinn hat Auswirkungen auf drei Bereiche. Kosten, Aufwand und Psyche. Kosten. Laut Heinrich Alt, einem Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, ist in Jobcentern mittlerweile die Hälfte der Mitarbeiter mit der Berechnung der Leistungen beschäftigt. 2011 wurde erstmals mehr Geld für die Verwaltung der Eingliederungsleistungen ausgegeben als für die Eingliederungsleistungen selbst. 4,15 Milliarden Euro gegenüber 4 Milliarden. Der Papierkrieg, mit dem Jobcenter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kämpfen haben, ist gewaltig. Ein Sachbearbeiter ist normalerweise für 130 bis 140 Bedarfsgemeinschaften zuständig. Die Akte einer Bedarfsgemeinschaft umfasst durchschnittlich 650 Seiten. Das macht pro Sachbearbeiter einen Papierberg von durchschnittlich 87.000 Seiten. Kein Wunder also, wenn Sachbearbeiter da nicht mehr richtig durchblicken und heillos überfordert, unmenschlich oder unwirsch reagieren. Die psychische Belastung ist massiv. Auf der einen Seite strukturelle Probleme, fehlende Ressourcen und hohe qualitative Anforderungen. Auf der anderen ein oftmals schwieriger, emotional belastender Kundenkontakt und darüber hinaus kaum gesellschaftliche Anerkennung. Wer kann da noch empathisch und einfühlsam arbeiten? Konflikte sind vorprogrammiert. Rund ein Viertel aller Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter gibt an, schon einmal Opfer von Übergriffen geworden zu sein. Frau Huber merkt, dass sie nach dem Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin viel zu spät dran ist. Darum versucht sie vorunterwegs, ihre Chefin anzurufen. Logistik-Inster-Services-Clunch mit Hallo. Ja, hallo, Huber hier. Ich wollte mich nur kurz entschuldigen. Ich komme etwa eine halbe Stunde später. Frau Huber, Sie schon wieder! Was haben Sie denn heute schon wieder für ein Problem? Ja, ich hatte gerade einen wirklich wichtigen Termin in der Schule und die gute Sozialarbeiterin hat mich warten lassen deswegen. Aber ich bin gleich da. Halbe Stunde, 20 Minuten? Sie wissen schon, dass Ihre Schicht vor zehn Minuten angefangen hat und dass die Regale sauber eingeräumt sein müssen. Ja, ich weiß und es tut mir auch wirklich leid. Wirklich. Ich habe alles versucht, um möglich zu sein. Das müssen Sie mir glauben. Frau Huber, ich kann diese Ausreden nicht mehr hören. Letzte Woche war Ihre kleinste Kamm. Heute müssen Sie wegen Ihrem anderen Kind zur Psychologin. Sozialar. Noch schlimmer! Wahrscheinlich bringt er die ganze Zeit die Klasse in Unruhe. Und dann kommt man ihm auch noch sozial. Aber wissen Sie was? Es ist bereits alles geregelt. Ein Kollege ist eingesprungen und macht jetzt eine Doppelschicht. Dafür kommen Sie zur Schicht heute Abend. Aber da gibt es ein Problem. Ich muss doch die Kinder ins Bett bringen. Die Kleine schläft nicht ein, wenn ich nicht daheim bin. Wissen Sie was? Ihre Kinder interessieren mich nicht. Ich habe Verträge zu erfüllen. Subunternehmer wie uns. Gibt es wie Sander mehr. Wer nicht zuverlässig ist und billig, der ist draußen. Ja, ich tue doch auch wirklich mein Bestes und ich bin doch auch gleich da. Das war doch nur ein Notfall. Ein Notfall? Das sagten Sie mir letzte Woche auch schon. Aber ich glaube, Sie haben mich gerade nicht richtig verstanden. Entweder Sie kommen oder gar nicht mehr. Ja, aber bitte geben Sie mir doch eine Chance, wenn ich die Kinder mit zur Arbeit nehmen könnte. Das soll wohl ein schlechter Scherz sein. Ein Kind hat auf der Arbeit nichts verloren. Bei unserer Firma steht ganz oben das Motto. Pünktlich und zuverlässig. Nicht kinderfreundlich. Ich brauche flexible Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann. Hier habe ich einen ganzen Stapel mit Bewährungen. Davon werde ich jetzt jemanden anrufen. Wir zwei dagegen sind ab sofort geschiedene Leute. Haben Sie mich verstanden? Ja, aber... Auf Wiedersehen, Frau Huber! Ich brauche flexible Kräfte, auf die ich mich verlassen kann. Frau Kleinschmidt von Logistik Interstore Services. Das Wort flexibel leitet sich vom lateinischen Flektere ab, was biegen, beugen heißt. Verwendet wird es jedoch synonym mit anpassungsfähig. In nahezu jeder aktuellen Stellenausschreibung werden flexible und belastbare Mitarbeiter gesucht, mit Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen. Auch im Arbeitsalltag wird Arbeitszeit angepasst. Entweder Überstunden oder Kurzarbeit. Bei der Frage nach den häufigsten Arbeitsbelastungen unter deutschen Arbeitstätigen im Jahr 2010 gaben 40 Prozent Arbeit unter Zeit- und Leistungsdruck und 34 Prozent Überstunden und lange Arbeitszeiten an. In einer von der AOK veröffentlichten Studie sagen zwar 36 Prozent, dass sie ihre Arbeitszeit in den letzten vier Wochen selbstbestimmt haben. Jedoch hat auch mehr als jeder dritte Überstunden geleistet und jeder fünfte Samstagsarbeit. Aber wie flexibel sind Unternehmen, wenn zum Beispiel der Ehemann nicht außerhalb des Dienstplanes für einen Kollegen einspringen kann, weil er die kranken Kinder pflegen muss, während die Frau nach der Elternzeit wieder in den Beruf einsteigt? Im Monitor Familienleben 2011 sehen über zwei Drittel der Mütter und Väter von Kindern unter 18 Jahren keine Möglichkeit, Familie und Beruf in Deutschland miteinander zu vereinbaren. Theoretisch wäre die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen eine Idee, diesen Arbeitszeit- und Leistungsdruck für die Erwerbstätigen zu entschärfen. Um es mit den Worten von Annelie Buddenbach, DGB-Vorstandsmitglied, zu sagen, statt die Leute auszupressen wie die Zitronen, wir entsprechend dann auch mehr Stellen da schaffen müssen, wo die Leute es nicht hinbekommen können. In der Wohnung von Renate Huber einige Monate später. Die Renate Huber ist in einem depressiven Zustand verfallen, hat die Post immer geöffnet, hat die Rechnungen natürlich auch immer bezahlt. Vor der Tür steht die Gerichtsvollzieherin und ein Schlosser. Also, Herr Mayer, ich muss Ihnen jetzt schon sagen, das ist immer das Gleiche mit den Leuten. Ja, vielleicht ist da auch niemand da? Nein, glauben Sie mir, da ist immer jemand da. Wir sitzen zu Hause rum und tun nichts. Frau Huber! Also, das hat keinen Sinn. Kommen Sie, machen Sie bitte auf. Naja, wenn es sein muss. Bitte schön. Danke. Ach, diese Ohrenordnung in diesen Häusern. Ha, die ganzen Briefe, die hätte Sie mal besser aufmachen sollen. Herr Mayer, seien Sie so gut und machen Sie bitte ein Fenster auf. Grüß Gott, Frau Huber. Mein Name ist Schramm. Ich habe hier einen Beschluss, dass Sie die Wohnung sofort räumen müssen. Ich bitte Sie daher, sich anzuziehen und die Wohnung umgehend zu verlassen. Was machen Sie in meiner Wohnung? Sie haben Ihre Miete nicht vollständig bezahlt. Schon seit Monaten. Auf Mahlungen haben Sie nicht reagiert. Der Vermieter ist zum Gericht gegangen und hat die Räumung beantragt. Tut mir leid, ich konnte das Geld nicht mehr auftreiben. Ich habe meinen Job verloren und es sind doch nur 100 Euro im Monat gefehlen. Können Sie mir nicht noch etwas Zeit geben? Wie auch immer. Ich habe diese Anordnungen. Es ist jetzt alles so geregelt. Sie müssen die Wohnung sofort verlassen. Bitte, ich brauche etwas mehr Zeit. Die Wohnung ist so wichtig für meine Kinder. Das ist doch Ihr Zuhause. Sie hatten genügend Zeit zu reagieren. Also bitte machen Sie es uns allen einfacher und stehen Sie auf. Ich kann nicht. Alles geht schief. Sie können nicht. Sie sitzen doch eh nur rum. Sie haben keine Ordnung in Ihrer Wohnung, obwohl Sie Zeit hätten. Sie haben nicht einmal aufgeräumt. So unaufgeräumt ist es doch gar nicht. Wie auch immer. Sie müssen jetzt gehen. Ich möchte ungern die Polizei verständigen. Denn dann wird es für Sie noch teurer. Ja, ich... Aber wo soll ich denn hin? Unsere ganzen Sachen? Brauchbares wird verkauft. Der Rest wird eingelagert. Zu Ihren Kosten. Bitte kommen Sie jetzt. Und meine Kinder? Die Kleine muss ich gleich aus dem Kindergarten wohnen. Und der Stefan kommt dann von der Schule rein. Das ist nicht mein Problem. Da müssen Sie sich schon selbst drum kümmern. Sie haben bestimmt Anspruch an meine Notunterkunft in der Aussiegerstraße. Aber wie gesagt, da müssen Sie sich selbst drum kümmern. Aber der Stefan, der weiß doch dann gar nicht, wo ich bin. Wie auch immer, jetzt kommen Sie bitte mit. Hier, Ihr Mantel. Nehmen Sie bitte noch mit. Dankeschön. Laut dem Stadtsoziologen Sigmar Gude gab man in Deutschland während der 80er Jahre durchschnittlich zwischen 15 und 20 Prozent des Einkommens für Miete aus. Heute sind es 30 Prozent. Ärmere Bevölkerungsschichten beraten teilweise sogar über 50 Prozent für die Miete. Ein Hauptgrund für die steigenden Mietern ist der Verkauf einstmals öffentlich geförderter Wohnungen an private und mit das Tor. In Regensburg zum Beispiel an die Deutsche Anungtern oder an die Gagfa. Gleichzeitig fuhren die Kommunen Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau zurück. Inzwischen fehlen laut Schätzungen etwa 4 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland. Teure Wohnungen aber führen zu höheren Mietzuschüssen für Hartz IV oder Grundsicherungsempfänger. Was die Kommunen also im sozialen Wohnungsbau sparen, führt zu Mehrkosten an anderer Stelle. Um diese Kosten wiederum zu drücken, verlangen Kommunen oft von ihrer Klientel in günstigere Wohnungen umzuziehen, unabhängig von der persönlichen Situation oder ob es überhaupt ausreichend bezahlbaren Wohnraum gibt. Bei Nichtbefolgung wird der Mietzuschuss gekürzt. Die Betroffenen sind dann gezwungen, von ihrem knappen Hartz-IV-Satz einen Teil für die Miete abzuziehen. Andernfalls droht die Zwangsräumung. Regensburg hat mittlerweile neben München den angespanntesten Wohnungsmarkt in Bayern. Innerhalb von 10 Jahren sind die Mieten in der Regensburger Altstadt um 35 Prozent gestiegen. Die ärmere Bevölkerung wird verdrängt. Dieser Prozess wird Gentrifizierung genannt. In einer Fabrik in Regensburg. Hey, bist du neu hier? Nee, ich bin schon ein halbes Jahr bei euch. Aber an dem Platz bist du zum ersten Mal? Nee, du bist täuscht. Ich habe sonst nicht mehr die beschissenen Schichten am Wochenende oder nachts. Bist du ein Fester oder ein Leier? Ich bin ein Leier, leider. Ja, einen Hauchleier haben wir hier. Schon fast über die Hälfte. Irgendwann schmeißen die mich auch noch raus und setzen dafür ein Leier hin. Ja, ich hoffe, dass sie mich hier langsam mal übernehmen. Ja, da kannst du lange warten. Seitdem ich hier bin, haben sie noch gehen übernommen. Aber sag mal, wie viele verdienst du eigentlich? Ja, 900. 900? Du machst doch fast das Gleiche wie ich. Ja. Und ich kriege immer einen Schiff netto. Ja, also ich traue es mir kaum sagen. Dass du da arbeiten gehst, aber kommst doch als Arbeitsloser mehr. Naja, so fast. Aber weißt du, bevor ich den ganzen Tag zu Hause sitze, bin ich lieber hier. Und wie gesagt, vielleicht übernehmen sie mich ja mal. Ganz nach dem Motto, Arbeit um Arbeit zu bekommen? Ja, so ungefähr. Aha, sie haben offensichtlich Zeit zum Raschen. Wie sieht es denn mit der Arbeit aus? Na ja, sie wissen schon, dass diese tausend Teile heute noch fertig werden müssen. Heute noch? Ja, ich würde mal sagen, dann bleiben sie bis um 8 Uhr. Aber ich habe es noch gestern erst überstanden gemacht. Die Teile müssen fertig werden. Aber wie sie wünschen, dann schalten wir eben die Maschine höher. Aber die Maschine ist doch schon... Los, auf geht! Und wer entscheidet die Zauber? Das wird von ihrem Lohn abgeschoben. Gute Arbeit, ihr Meier. Danke, Frau Lena. So eine verdammte Scheiße. Dass du dir das gefallen lässt. Ja, wenn die sich beschwert, bin ich weg vom Fenster. Von heute auf morgen. Habt ihr nicht Betriebsraten oder so in deiner Reiharbeitsfirma? Nee, vergiss es. Wer sich auch nur hilft, wird sofort geschmissen. Sie sind echte modernen Sklaven. Leiharbeit, arbeiten, um Arbeit zu bekommen. Immer mehr Deutsche kommen mit Leiharbeit in Berührung. Zitat eines Betroffenen. Leiharbeit ist Lohndumping. Aussage meiner Leiharbeitsfirma. Wir produzieren nicht, wir handeln. Sie handeln mit meiner Arbeitskraft und verdienen pro Leiharbeiter pro Stunde zwischen 2 und 3 Euro. Die Zahl der Leiharbeiter stieg seit 2002 rapide an. Prognosen zeigen, dass die Spitze noch nicht erreicht wurde. Leiharbeit findet mittlerweile in allen Branchen und Regionen statt. In den Firmen haben sie das Problem, als Mitarbeiter zweiter Klasse behandelt zu werden. Obwohl sie oft hochqualifiziert sind und die gleiche Arbeit wie ihre Kollegen machen. Extrem spiegelt sich dies natürlich auch im Vergleich der Löhne wieder. Diese Grafik zeigt, dass nur 19% der Leiharbeiter einen Bruttolohn von über 2000 Euro verdienen. Bei den Festangestellten hingegen sind es 71%. Bei den niedrigen Monatslöhnen kehrt sich dagegen das Verhältnis um. Deutlich erkennbar sind die Klassenunterschiede außerdem in den Aussagen der Leiharbeiter. Fast jeder wird als Helfer verliehen, obwohl er hochwertige Arbeit verrichtet, für die man mindestens drei Jahre lernen muss. Selbst als gelernter Kfz-Mechaniker sollte ich zum Helferlohn in einer Werkstatt arbeiten. Leider ist es so, dass man in den Einsatzfirmen für die Kollegen häufig nur die Leihkeule ist. Das ist schade und extrem nervig. Aber wenn es um Überstunden- oder Wochenendarbeit geht, sind fast nur die Leiharbeiter da. Die könnten ansonsten ja auch abgemeldet werden, beziehungsweise die hoffen auf eine Übernahme. In einem Arbeitsverhältnis mit Leiharbeit hat man ständig Angst um den Job. Einige schleppen sich krank zur Arbeit, um nicht rausgeworfen zu werden. Falls eine Krise kommt, sitzen die Leiharbeiter von einem Tag auf den nächsten allesamt auf der Straße. Dieser neuzeitliche Sklavenhandel sollte verboten werden. Denn mit Leiharbeit wird alles untergraben, wofür Generationen von Arbeitnehmern gekämpft haben. Aus der Festanstellung ist Leihrenix geworden. Herbert, der Leiharbeiter aus der Szene vorher, ist von einer Firma zur anderen vermittelt worden. Schließlich ist er ihm aber von seiner Verleihfirma gekündigt worden. Der Herbert ist jetzt schon seit Längerem arbeitslos bei Herbert zu Hause. Das Aufstehen rendiert sich irgendwie auch nicht mehr. Du hast eine große Chance, Peter. Du wirst vorwärtskommen, ich weiß es. Aber wenn Erwin rauskriegt, dass es dir gut geht, dann rückt er dir auf die Pelle. Du weißt, wenn irgendwo was zu holen ist, das wäre das Letzte, was wir wünschen. Es ist schon spät, du musst doch gleich los. Warum? Warum stehe ich überhaupt noch auf? Ich tue doch eh den ganzen Tag nichts. Aber du musst zum Jobcenter, sonst kürzen wir uns das Geld. So ein Scheiß, ich habe keinen Bock, den in den Arsch zu kriegen. Ach, Herbert, jetzt los, komm schon. Geh mir aus dem Sichtfeld, ich schau mir das an. Ach, Herbert. Wirklich. Komm her. Jetzt geh. Was kannst du denn? Jetzt lass dich doch nicht so hängen. Hey, ich habe in den letzten zwei Jahren so viele Scheiß-Jobs gemacht. Ich habe keine Lust mehr. Bald bin ich 50, da will mich eh niemand mehr. Das kann ich doch verstehen. Aber die kürzen uns doch das Geld, wenn du da nicht hingehst. Hey, dann sollen sie uns doch was kürzen. Ja, dann müssen wir aber hier raus, weil wir uns die Miete nicht mehr leisten können. Ich habe überhaupt keine Lust. Ich tue das hier nur für dich. Danke, mein Scheiß. Ich koch dir auch was Gutes, wenn du wieder da bist. Du bist nicht mein Bruder. Du hast viele Träume, weißt genau, wohin du gehst. Immer auf der Suche. Arbeitslosigkeit macht depressiv. Besonders Langzeitarbeitslose sind gefährdet, schwere psychische Störungen zu entwickeln. Zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung der Uni Leipzig. Bei Menschen, die sich keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen, betrug die Depressionsrate nur 4 bis 5 Prozent. Unter den Personen, die einen Arbeitsplatzverlust fürchteten, hingegen 10 bis 15 Prozent und bei Arbeitslosen sogar über 30 Prozent. Arbeitslosigkeit führt in der Gesellschaft zu einem Randgruppendasein und Minderwertigkeitskomplexen. Besonders hart sind Männer betroffen, die in der Familie Alleinernährer waren. Dann wird die Identität angekratzt, das Selbstbewusstsein bröckelt und die gesellschaftliche Anerkennung nimmt ab. In der Folge resignieren die Betroffenen, ziehen sich zurück, geben auf und erfüllen die Auflagen der Arbeitsagenturen nicht mehr. Die Agenturen reagieren darauf mit Sanktionen, was die Betroffenen noch tiefer in die Depression führt. Im Jobcenter. Ja, bitte. Ach, der Herr Eschenberg. Wieder mal auf den letzten Drücker. Moment, setzen Sie sich doch bitte mal kurz. Ich wollte mal gleich die Überwerbungslisten überprüfen. Aha, hab ich mir doch gedacht. Sie haben schon wieder die gleichen Firmen angeschrieben. Ja, wenn es keine anderen Firmen gibt, wen soll ich denn sonst anschreiben? Das sind Firmen aus unserem Umkreis. Es gibt genug Firmen, die Sie anschreiben können. Das ist ja auch alles die gleiche Branche. Ja, natürlich. Das ist ja auch mein Beruf. Ich bin Facharbeiter. Schon vergessen? Herr Eschenberg. Ich heiße Eschenbach. Ja, Bach. Ein bisschen flexibel müssen Sie schon sein und sich auch mal nach anderen Jobs umschauen. Ja, wie flexibel sein und sich nach was anderen umschauen. Es gibt ja sonst nichts. Also ich kann Ihnen sagen, in der Gastronomie, in der Küche, da gibt es immer was. Ja, Sie. Sie können das leicht sagen. Sie sind ja auch noch keine 50. Also Herr Eschenberg. Eschenbach. Mit dem Alter hat das doch gar nichts zu tun. Ein bisschen willig müssen Sie schon sein. Ich will arbeiten, aber niemand will mich. Ach Quatsch. Wenn man arbeiten will, dann findet man immer einen Weg. Und wenn Sie mal die gleichen Firmen anschreiben. Ja, was soll ich denn sonst machen, wenn es keine anderen Firmen gibt? Zeigen Sie mir den Weg. Zeigen Sie mir halt. So, ein Weg habe ich schon mal für Sie. Bitteschön wollte ich sowieso per Post schicken. In zwei Wochen geht mir neue Maßnahmen los. Da wird Ihnen nochmal genau gezeigt, wie man sich richtig bewirbt. Dass Sie ein bisschen besser hinbekommen. Ich kann Bewerbungen schreiben. Ich sehe, wie Sie es können. Sie bekommen ja nicht mal richtig Rückmeldungen. Nein, danke. Ich kann Bewerbungen schreiben. Das war keine Bitte, sondern Pflicht. Hinsicht. Ich kann doch stehen, wenn ich stehen will. Herr Eschenberg, das hat man doch schon einmal. Herr Eschenberg. Wenn das Ganze nicht läuft, kann ich Ihnen gerne Bezüge kürzen. Oder soll ich die Sicherheit rufen? Ganz wie Sie wollen. Also, in zwei Wochen geht die Maßnahme los. Da hat der Leiter zu unterschreiben. Wir müssen auch überprüfen, dass Sie wirklich da waren. Nicht wahr? Ja. Und ganz hinten gibt es nochmal einen neuen Bereich. Der ist jetzt dazugekommen. Da schreiben Sie hin, was Sie dann noch Schönes gelernt haben. Sag mal, wissen Sie eigentlich, dass ich so einen ähnlichen Kurs beim Paarmratten erst schon mal belegt habe? Ja, anscheinend hat der ja nicht gefruchtet. Der hat nicht gefruchtet, weil die Firmen keine Leute suchen. Es gibt schon Stellen. Wer sich Mühe gibt, der findet auch was. Immer Ihr Spruch, wer sich Mühe gibt, findet was. Wer willig zur Arbeit ist, findet auch was. Ich habe aber keine Arbeit gefunden. Und Sie tragen überhaupt nichts dazu bei, dass ich was finde. Sie haben mir noch keinen einzigen Job gezeigt, der nicht schon belegt war, als ich angefragt habe. Also, Herr Eschenberg, bei Ihrer Einstellung... Herr Schembach. Ja, sagte ich ja. Bei Ihrer Einstellung ist das ja auch kein Wunder, dass die Firmen ständig behaupten, dass die Stellen besetzt seien. Ja, ja, jetzt ist es meine Einstellung. Sie sitzen doch den ganzen Tag zu Hause, kommen ja auf den letzten Drücker rein, geben die gleichen Bewerbungslisten ab. Ein bisschen eigene Initiative müssen Sie schon zeigen. Ich dachte eigentlich, dass das Jobs hinter Stellen vermittelt, dass Sie mir welche geben. Machen Sie eigentlich Ihren Job richtig? Also jetzt werden Sie mal nicht ausfallen, Herr Eschenberg, ne? Herr Schembach. Sag ich ja. Erstens gibt es die Jobbörse im Internet. Da werden jeden Tag neue, freie Stellen reingestellt. Und zweitens können Sie sich ja auch mal ein bisschen außerhalb von Regensburg umschauen. Ist ja noch nicht so schwer. Ja, ja, ja. Was ist das? Ich sage, wenn es das war, haben wir es verstanden. So, ich habe da noch was. Ich bin sonst gleich dran. Wie bitte? Wie bitte? Bitte schön, ich habe da noch einen Job besiegt. Was denn? Der Herz ist da, damit die Blätter laubkehren. Ist zwar nur befristet, aber damit kriegen wir die Frist schon, bis so Maßnahmen überbrückt, ne? Ja. So, da bewerben Sie sich einmal und wenn Sie ein bisschen bitter sind, dann klappt das diesmal. Ja, wenn ich ein bisschen netter bin, ja. Ja. So, das war's von mir. Uns sind 14 Tage. Zu dem Scheiß Bewerbungstraining. Ich weiß. Danke. Gerneschehen. Paragraf 13 Sozialgesetzbuch 1 besagt, die Leistungsträger sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Bevölkerung über die Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch aufzuklären. Dies bezieht sich auf alle Leistungen des Sozialgesetzbuches und somit auch auf die Arbeitslösengeld- und Hartz-IV-Ansprüche. Zur Aufklärung kommt noch die Beratung nach Paragraf 14 Sozialgesetzbuch 1. Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch. Laut einer Erhebung im Rahmen des sozioökonomischen Pendels ergab sich, dass 82% der Befragten ihren neuen Arbeitsplatz nicht durch die Vermittlung der Arbeitsagentur bekommen haben. Lediglich 7% erklären, sie hätten von ihrem neuen Job direkt von der Agentur erfahren. In Regensburg sind nach aktuellen Zahlen 3139 Menschen arbeitslos gemeldet. Sie alle haben deshalb regelmäßigen Kontakt zur Agentur für Arbeit und ähnlichen Ämtern. Wie bei dieser Bewertung nach Schulnoten zu sehen ist, können die Ämter in allen Bereichen noch einiges verbessern. Besonders auffallend sind die schlechten Noten beim Umgang mit Beschwerden und wenn es um Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsbauschiffen geht. Zusätzlich haben Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen mit Sanktionen zu kämpfen. So drohen bei einer Pflichtverletzung, wie zum Beispiel einem grundlosen Abbruch einer Maßnahme, heftige Kürzungen. Beim ersten Verstoß sind es 30%, beim 62% und beim letzten verliert der Betroffene seine gesamten Ansprüche. Ist derjenige unter 25 Jahre alt, muss er schon beim ersten Verstoß mit einem Wegfall aller Ansprüche rechnen. Nach dem Besuch im Jobcenter geht der Herbert noch auf ein Beruhigungsbierchen. Gerda, das Mittagsmenü unterhölst bitte. Ja, servus, Herbert. Servus. Die hab ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, stimmt. Bist du auch fertig? Ja, anstrengender Tag. Ja, für mich auch. Die ganze Woche schon. Jetzt gehöre ich mir ein Mittagsbier. War den ganzen vor mir da auf Axe. Und du, was treibst du so? Ach, so dieses und jenes. Heute hab ich mal beim Jobcenter vorbeigeschaut. Ja, wey. Bist du etwa arbeitslos? Nein, nein, ich nicht. Nein. Ich hab Lust auf dich, ich bewerb mich mal woanders. Ja, hätt mich auch gewundert, wenn du auch zu den faulen Säcken gehörn hast, die sich aus Schnauzkasten durchfretten. Aber sag einmal, was hast du nicht hören? Schreinern, glaube ich, oder? Ja, schreinern. Bitte schön. Na, Herrin. Auf ein Eis, bitte. Zum Essen nichts? Nein, danke. Ja, wo war man? Ah ja, beide Arbeitslosen. Das ist der Wahnsinn. Die arbeiten nichts und kriegen's vorn und hinten rein schon. Unser einer lernt ewig, damit er einen guten Job hat. Dann verdient's zwar nicht schlecht, hast du aber ewig voll Abzüge, damit du die Arbeitslose bei einem Stuhl feldern kannst. Also ich sag's dir, uns bleibt vom Brutto fast nichts mehr übrig. Das ist wieder ein Schimpfengostel. Ja, weil's wahr ist. Die vermehren sich wieder die Kaninchen. Die gescheiten Leute mit einem anständigen Job. Kriegen keine Kinder mehr, weil sie's zeitlich nimmer schaffen. Weißt, meine Frau und ich hätten auch gerne Kinder. Aber jetzt haben wir erst studiert und dann müssen wir arbeiten, damit ihr Geld reinkommt. Weil wir ihnen ja was bieten. Und die anderen, wenn ich meine Arbeitslosen-Nachbarn anschaue, die haben fünf Kinder. Und wer finanziert dich? Wir! Die machen sich ein schönes Leben mit ihren in Kratzen und wir werfen's zahlen. Das stimmt doch aus im System nicht. Ich sag's dir, mittlerweile ist es in Deutschland so weit, dass du gar nimmer arbeiten brauchst. Und die Fleißigen, die Frauen finanzieren. Als Ausrede sagen sie dann immer, dass sie keinen Job finden. Aber ich sag's dir, in Rentspruch gibt's genügend freie Stellen. Das sind sie doch nur chill zum Arbeiten, oder? Was sagst denn du dazu? Du, äh, ich muss weg, gell? Servus. Wo ist mir eh jetzt drin? Keine Ahnung, mir ist einfach gegangen. Was? Und wer trinkt das Bier jetzt? Aus, wo ist mir ja? Das hab ich mir heute verdient. So, wie ist es? Auf einem Platz, irgendwo in Regensburg, das könnte der Highplatz sein, das könnte der Stadtpark sein, das könnte auch an der Donaaleine sein oder in der Maximilianstrafe. Hat hier jemand mal eine Flasche für mich? Kann ich die haben? Dankeschön. 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 Dass die Leute mal die guten Sachen wegwerfen. Entschuldigung, können Sie die brauchen? Dankeschön. Sagen Sie mal, wie viel sammeln Sie da eigentlich so zusammen an einem Tag? Ja, so an guten Tagen zwei, drei Euro. Aber da muss ich schon weit laufen. Wissen Sie, es gibt so viele Junge, die machen das schon fast geschäftsmäßig. Da kommen wir Alten gar nicht mehr hinterher. Ja, lohnt sich das denn für zwei, drei Euro? Sie haben's leicht reden. Was soll ich denn machen, wenn ich kein Geld hab? Na, ich meine nur zwei, drei Euro sind ja jetzt nicht so viel. Ich nehm's doch nicht für mich. Ich will doch mein Enkel mal was kaufen können. Mein Leben lang hab ich gearbeitet. Hab köcheln gelernt im Hofbräuhaus. Ja, dann bei den Ruhkreuzschwestern. Bis ich geheiratet hab. Ach, mein Mann, der war Lastwarnfahrer. Da ging es uns noch gut. Aber er ist halt schon 72 gestorben. Dann hab ich drei kleine Kinder ganz allein großgezogen. Das war schwer. Ja, Witbelrente, die war ja auch nur so wenig, weil mein Mann so früh gestorben ist. Ja, und jetzt? Bekomm ich selber kaum Rente. Und muss Flaschen sammeln. Ach. Und dreimal die Woche geh ich putzen. Mit 68. Das ist ein Leben. Ja, und was ist denn mit Ihren Kindern? Sorgen die nicht für sie? Ach, die haben doch selbst nichts und auch Kinder. Ich will denen nicht auf der Tasche liegen. Aber ich muss jetzt auch weiter. Ja, ja, ja. Ich muss noch was zusammenbekommen. Wiedersehen. Wiederschauen. Von Armut und sozialer Ausgrenzung sind laut der Studie Leben in Europa in Deutschland 15,3 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner betroffen. Im Vergleich zu anderen Bevölkerung stehen sie damit noch relativ gut da. Allerdings, die Altersarmut wächst rasant. So stieg die Zahl der über 65-Jährigen, die nur noch mit Hilfe der Grundsicherung über die Runden kommen, seit 2003 um ganze 40 Prozent. In Regensburg beziehen rund 900 ältere Menschen Grundsicherung, weit über die Hälfte davon sind Frauen. Die zunehmende Altersarmut geht hauptsächlich auf die Reformen der letzten Jahre zurück. Die Hartz-IV-Gesetzgebung drückte das Lohnniveau und deregulierte den Arbeitsmarkt. Unterbrochene Erwerbsbiografien sind seitdem die Regeln. Die Beiträge zur Rentenkasse reduzieren sich dadurch dramatisch. Dazu kommen die Rentenreformen von 2001 und 2004. Ganz bewusst wurde das Rentenniveau gedrückt und soll 2030 nur noch bei 43 Prozent liegen. Und schließlich die Rente mit 67. Da die wenigsten bis in dieses Alter sozialversicherungspflichtige Jobs finden werden, bedeutet die Anhebung der Altersgrenze faktisch eine weitere Rentenkürzung. Die Flaschensammlerin aus der Szene vorher geht wegen schwerer Rückenschmerzen zum Arzt. Frau Rothammer, bitte! Ja, grüß Gott, Frau Rothammer! Grüß Gott, Veronika! Ja, Frau Rothammer, grüß Gott! Setzen Sie sich! Ach, Veronika, können Sie bitte die Instrumente wegdäumen? Ja! Danke! Ja, Frau Rothammer, was ist Ihr Anhebung? Warum kommen Sie zu mir? Ja, Herr Doktor, ich habe so unheimliche Rückenschmerzen, die hören gar nicht mehr auf. Aha! Ja, dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Könnten Sie bitte einmal aufstehen? Ja! Ja! Können Sie die Weste abnehmen? Ja! Ja, Sie tun sich da schon schwer. Veronika, helfen Sie mal der Frau Rothammer da. Ja! Achtung, Frau Rothammer! Dankeschön! Jawoll! Danke! So, Frau Rothammer, schauen wir mal. Ihre Schmerzen. Fühlt das weh? Oh ja! Hm? Und das da? Ah, das ist mir unten. Da? Oh ja, da! Ja, okay. Ja, gut. Setzen Sie mich. Ich habe genug gesehen. Ja. Also, Ihre Schmerzen, sind die kurzzeitig, wackeln die kurz auf oder sind die dauerhafter? Also mittlerweile sind die dauerhafter. Ich merke das nur noch. Und seit wann haben Sie diese Schmerzen? Na ja, seitdem ich jetzt wieder arbeiten bin. Aber aufhören kann ich auch nicht. Ich komme gerade so über die Runden. Mhm. Ja gut, also ich kann Ihnen da ein Medikament verschreiben. Das ist zwar etwas teuer, hilft aber wirklich. Ja, haben Sie nicht was, was ähnlich wirkt, aber günstiger ist? Ja, günstigere Medikamente gibt es viel, Frau Rothammer. Aber es soll ja auch wirken, nicht? Ja, aber ich habe halt das Problem, ich kann die Zuzahlungen nicht machen. Also dieses Medikament ist das Beste für Ihre Schmerzen. Das müssen Sie leider so nehmen. Die Gesundheit hat halt Ihren Preis. Aber, aber da gibt es doch... Ja, Veronika, sind Sie schon fertig? Aber nein. Ja, also Frau Rothammer, Sie können sich ja vielleicht von den Zuzahlungen befreien lassen. Einfach die Quittungen aufheben und bei der Krankenkasse einreichen und die übernimmt das dann vielleicht. Aber auslegen muss ich das dann schon. Ja, aber wie gesagt, Sie bekommen ja das Geld gleich wieder zurück. Ich schreibe Ihnen das jetzt auf. Das nehmen Sie dann zweimal am Tag. Was wir aber unbedingt auch machen müssen, sind gewisse Rückentherapien. Weil dieses Medikament, das bekämpft zwar Ihre Schmerzen, lindert aber nicht die Ursache. Wir haben da sehr gute Erfolge, zum Beispiel mit der homöopathischen Injektionstherapie oder mit der Stoßbellentherapie. Die ist wahrscheinlich besser für Sie, weil sie sanfter ist. Und wie viel kostet die? Kosten sind relativ, Frau Rothammer. Bedenken Sie, wenn Ihre Schmerzen dann ein für alle Mal weg sind, was sind denn dann schon ein paar hundert Euro? Wer nimmt das denn die Krankenkasse? Leider nein. Alles, was einem Patienten gut schubt, muss er zurzeit selbst bezahlen. Das ist leider so. Also ich würde vorschlagen, wir probieren es mit der Stoßbellentherapie. Veronika, machen Sie bitte fünf Sitzungen aus mit der Frau Rothammer. Extrakorporale Stoßbellentherapie. Aber... Ja, Veronika? Nein. Kommen Sie, Frau Rothammer. Sehr schön, Frau Rothammer. Ich wünsche Ihnen alles Gute und man sieht sich dann. Arme erkrankt häufiger als andere Menschen. Rund zehn Jahre geringer ist ihre Lebenserwartung. Umgekehrt ist Krankheit aber auch einer der Hauptgründe für Armut. Die Zahl der Menschen, die sich aufgrund von Krankheit überschulden, hat sich seit 2005 verdoppelt auf über 10 Prozent. Der Hauptgrund dafür sind Leistungskürzungen und gestiegene Zuzahlungen. Hartz IV bzw. Grundsicherung sehen nur 16,88 Euro pro Monat für Gesundheitsausgaben vor. Schon die Praxisgebühr allein fraß bislang einen Großteil davon wieder auf. Immer öfter bieten Ärzte auch sogenannte IGEL an, individuelle Gesundheitsleistungen, die komplett vom Patienten bezahlt werden müssen. Der medizinische Nutzen ist oft mehr als zweifelhaft. Trotzdem wurden 2010 IGEL im Wert von über 1,5 Milliarden Euro verkauft. Das Geld landet direkt in den Taschen der Mediziner. Krankheit ist mittlerweile ein Geschäft. Frau Hofhammer startet Ihrer Bank einen Besuch ab, um zu erkunden, wie sie vielleicht diese Arztkosten bezahlen könnte. Frau Hofhammer startet Ihrer Bank einen Besuch ab, um zu erkunden, wie sie vielleicht diese Arztkosten bezahlen könnte. Hallo? Ja, einen Moment. Nehmen Sie bitte schon mal Platz. Ich bin gleich soweit. Die Kurse stehen halt günstig. Dann muss ich einfach zuschauen. Ja, wunderbar. Ja, die Frau Hofhammer. Grüß Gott, Frau Hofhammer. Grüß Gott, schön, dass Sie da haben. Grüß Gott. Ja, wie geht uns denn heute? Ja, also eigentlich nicht. Nicht so, nee. Ja, wie geht es denn den Kindern und den Enkeln? Sind die alle gut beieinander, ja? Ja, Frau Hofhammer, das freut mich aber sehr gut. So, wie kann ich Ihnen denn heute behilfen? Ich habe doch vor Jahren bei Ihnen mal die Riester-Rente abgeschlossen. Ja, genau, die Riester-Rente, Frau Hofhammer. Das haben Sie wirklich sehr gut gemacht. Da kriegen Sie vom Staat Geld geschenkt. Genau, ja. Ja, weil Sie mir damals so viel Angst gemacht haben, dass ich im Alter ganz arm bin und nichts habe. Genau, die Riester-Rente als zweite Säule neben der gesetzlichen. Damit Sie jetzt, wo Sie Alten ein bisschen mehr haben, mit viel Zuschüssen vom Staat, ein bisschen mehr jetzt, wo Sie... Ein bisschen mehr ist gut. Ich bekomme ja nur ein paar Euro raus. Ich wollte zunächst mal fragen, warum ist das denn so wenig? Ja, Frau Hofhammer, wissen Sie, also die Wirtschaft, das ist ein Auf und Ab. Ja, damals, als ich Ihnen die Riester-Rente empfohlen habe, da sind wir davon ausgegangen, dass wir jetzt 10% Gewinn machen werden. Aber jetzt wissen Sie, die Staatskrise, die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise... Mittlerweile müssen wir froh sein, wenn es zwei oder drei Prozent sind, Frau Hofhammer. Also, das haben wir alles nicht in der Hand, ne? Ich meine halt nur, bei den ganzen staatlichen Zuschüssen und dann nur ein paar Euro... Ich habe jeden Monat von meinem Verdienst eingezahlt, von 750 Euro mir noch 50 Euro aus die Rücken geleiert. Und dann bekomme ich nur ein paar Euro? Naja, Frau Hofhammer, das rentiert sich halt erst, wenn Sie relativ alt sind. Und da müssen Sie halt jetzt noch ein bisschen durchhalten, was wir natürlich alle hoffen. Und dann machen Sie am Ende einen großartigen Rund. Aber ich bin jetzt krank und muss den Doktor bezahlen. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass ich ein bisschen mehr rausbekomme? Aber, Frau Hofhammer, wie soll das gehen? Man kann doch mal herausbekommen, was man vorher eingezahlt hat, oder nicht? Aber ich muss die Behandlung bezahlen, damit mein Rücken wieder wird. Und dann kann ich arbeiten gehen und wieder was dazu verdienen. Ja, Frau Hofhammer, gell? Der Ruhestand, der ist manchmal eher ein Unruhestand, nicht wahr? Da muss man manchmal mehr daran antworten. Nein, das geht nicht, Frau Hofhammer, dann sind wir die Hände gewohnt. So leid mir das tut. Aha. Ich war gerade beim Sozialamt wegen Grundsicherung. Wissen Sie, was das für eine Überwindung ist? Mein ganzes Leben lang habe ich gearbeitet und Kinder großgezogen. Und dann muss ich betteln gehen, weil das Geld nicht mehr lahmt. Tja, Frau Hofhammer, so hat jeder seinen Weg hinzutragen. Wissen Sie, was die mir dann noch gesagt haben? Dass die Richterrente mir gar nichts bringt. Die wird mir von der Grundsicherung wieder abgezahlt. Tja, Frau Hofhammer, die Gesetze sind manchmal schon ein bisschen am Leben vorbei, nicht wahr? Ja, ich habe jetzt auch viel übernächtigt. Also, es ist mir so schwer gefallen. Ich habe jeden Monat einbezahlt und jetzt habe ich gar nicht davon genauso viel wie ohne Richterrente. Ja, wie gesagt, der Gesetzgeber, der ist manchmal... Sie haben doch damals ganz genau gewusst, dass die Richterrente mir nichts bringt. Frau Rothhammer, ich habe Sie damals kompetent und ausschließlich über alle Chancen... Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind eine Verbrecherin. Also, Frau Rothhammer, das muss ich... Ja, ja, eine Verbrecherin. Frau Rothhammer, mein nächster Kunde kommt. Ich muss sie jetzt... Auf Wiedersehen, Frau Rothhammer, auf Wiedersehen. Ja, ja, auf Wiedersehen. Ach guck, guck. Um die von der Politik künstlicher beigeführte Lücke in der gesetzlichen Rentenversicherung zu schließen, wurde 2002 das Konzept der Riester-Rente etabliert. Private, sogenannte kapitalgedeckte Vorsorge soll vor Altersarmut schützen. In der Geschichte gingen schon zweimal alle Beiträge der kapitalgedeckten Rentenversorge verloren, durch die Inflation nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg. Deshalb wurde 1957 von der Adenauer Regierung das Umlageverfahren eingeführt. Die eingezahlten Beiträge werden unmittelbar zur Rentenfinanzierung herangezogen und nicht, wie bei der Kapitalgedeckte-Rente, erst auf die Finanzmärkte geworfen, wo sie zirkulieren, bis sie irgendwann, vielleicht, ausgezahlt werden. Auch in anderer Hinsicht ist die kapitalgedeckte, sprich Riester-Rente, höchst problematisch. Frühestens mit 90 Jahren, also weit über der durchschnittlichen Lebenserwartung, hat man seine eingezahlten Beiträge wieder zurückgehalten. Für Geringverdiener ist die Riester-Rente ein komplettes Verlustgeschäft, da diese auf die Grundsicherung angerechnet wird. Und schließlich, Gebühren und Provisionen fressen die staatlichen Zuschüsse von ca. 4 Milliarden Euro jährlich vollständig auf. Daher, Riester lohnt sich für Banken und Versicherungen. Ach, mein Horst. Wie lange ist das jetzt schon her? Ja, ich weiß einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich gehe schon putzen, aber das Geld langt vorn und hinten nicht. Ich weiß nicht mal, wie ich meine Beerdigung finanzieren soll. Ich kriege das einfach nicht mehr hin. Stefan, Christine! Kommt! Kommt! Wir müssen uns bereihen! Kommt! In keinem Land Europas ist die Kluft zwischen Arm und Reich in den letzten Jahren stärker gewachsen als in Deutschland. Allein zwischen 2004 und 2009 stieg die Armutsquote bei Arbeitslosen um satte 29%. Im EU-Schnitt waren es nur 5%. Entsprechend einseitig sieht die Vermögensverteilung in Deutschland aus. Die obersten 10% besitzen über 60% des gesamten Privatvermögens. Denn untere 10% bleiben dagegen nur Schulden. Während in Deutschland die Reallöhne seit der Jahrtausendwende um etwa 4% zurückgingen, hat sich der Reichtum verdoppelt auf unvorstellbare 9 Billionen Euro. Das sind 900 Milliarden Euro. Und eine Milliarde sind 1.000 Millionen. Und Länder und Gemeinden sind derzeit mit knapp 2 Billionen Euro verschuldet. Übrigens kommen auf 1 Euro erschwindelte Sozialleistungen etwa 1.000 Euro an Steuerhinterziehung. Wie weit der Klassenkampf von oben, wie der Sozialwissenschaftler Willen Heidmayer die Situation beschreibt, noch gehen kann, zeigt das Beispiel Griechenland. Während immer mehr Menschen in verzweifelte Not geraten, werden die Konten der Reichen nicht angetastet. Heidmayer in seiner Untersuchung deutscher Zustände, die geballte Wucht, mit der die Eliten einen rabiaten Klassenkampf von oben inszenieren, könne auch in dieser Gesellschaft zu einer gewaltförmigen Desintegration führen, sprich zu blutigen Ausschreitungen und einem Auseinanderbrechen der Gesellschaft. Applaus 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 Ja, hallo zum zweiten Teil unseres Abends, zum eigentlichen Teil zum Forumtheater. Beim Forumtheater ist es so, dass eigentlich den Unterschied zwischen Schauspielern und Zuschauern eigentlich nicht mehr gibt, weil jeder von den Zuschauern kann auch die Bühne auch gehen. Drum hat der Boal, der diese Theaterform erfunden hat, auch nicht mehr von Zuschauern und Schauspielern gesprochen, sondern von Zuschauspielern. Okay, ja, jetzt, wo wir praktisch alle zu Schauspieler erklärt worden sind, beziehungsweise zu Zuschauspielern, betrifft uns, also normale Schauspieler, bevor sie auf die Bühne gehen, die wärmen sich erst ein bisschen auf, dass sie lockerer werden und ein bisschen fiffiger. Und weil jetzt ihr auch natürlich zu Schauspielern erklärt worden sind, machen wir das jetzt alle gemeinsam mit Aufwärmen. Und so haben wir uns Folgendes überlegt, da sind jetzt drei Schauspieler, drei Schauspieler auf der Bühne, sucht sich mal irgendeinen Schauspieler aus, Schauspielerin. So, hat jeder sich mal rausgesucht. Jetzt ist die Aufgabe, eure Aufgabe, dass ihr alles genau so nachmacht, wie die Schauspieler das auf der Bühne machen, als ob ihr so eine Art Spiegelbild wärt. Okay, bitte aufstehen. Ah ja, lassen wir uns erst da hinstellen, da hat er nichts. Super, danke dir. Okay, und bitte. Okay, ich esse jetzt. Wie funktioniert jetzt Vor- und Jahr? Also, wir werden jetzt nochmal eine Szene spielen von dem Stück vorher, und zwar eine der letzten Szenen. Wir haben also drei Szenen aus dem ganzen Stück ausgesucht, die sich hier vorn und her vereignen, das eignen sie nicht alle. Und wie gesagt, eine Art der letzten Teil, weil das vielleicht im Gedächtnis noch am frischesten ist, das war die Szene, wo die Frau Rothammer beim Arzt ist. Die Frau Rothammer ist beim Arzt, und die Frau Rothammer lernt ja irgendwelche ganz obskuren Gesundheitsmaßnahmen aufs Auge gedrückt, also so diese Stoßwellentherapie. Und für euch das Hintergrundwissen, das sind eben so Sachen, die von der Krankenkasse nicht bezahlt werden, weil es einfach ein Nachweis gibt, dass die wirklich helfen. Es gibt teilweise schon andere Therapien für Rückenschmerzen, die dann kostenlos bzw. von der Krankenkasse bezahlt werden, aber die der Frau Rothammer nicht angeboten worden sind, also die sind praktisch in dem Moment über den Tisch gezogen worden. Es gibt auch Medikamente, die zuzahlungsfrei sind, das hätte der Arzt auch machen können. Das hat alles nicht gemacht. Die Arzthelferin hat es vielleicht auch mitbekommen, die holt da ein paar Widersagen, wahrscheinlich dagegen, hat sich aber auch nicht wirklich getraut. Also diese Szene möchte ich einmal spielen. Und beim Vorbildjahr ist es jetzt so, wenn ihr eine Idee habt, irgendeine Vorstellung, wie ihr das alles machen könntet, als Person, als Arztthelferin, als Frau Rothammer, damit die nicht über den Tisch gezogen wird, dann sagt es Stopp. Die Schauspieler unterbrechen dann ihr Spiel und ihr dürft dann auf die Bühne kommen und eine Rolle ersetzen. Entweder die Frau Rothammer oder die Arzthelferin und dann wird die Szene ab dem Zeitpunkt... Kann man den Arzt auch ersetzen? Den Arzt kann man auch ersetzen, das ist auch immer ganz interessant. Haben wir auch schon gehabt, die letzten zwei Tage, kann man auch ersetzen und dann geht die Szene weiter. Man kann aber auch die Szene sagen, ja, ich will ein bisschen früher starten oder ein bisschen später starten, so wie der, der die Idee hat, das alles am besten will. Und dann wird die Szene weitergespielt und die Schauspieler, die gehen dann auf euch ein. Also dann wird die Szene so improvisiert. Weiter und dann schauen wir einfach, wo es dabei rauskommt, wenn sich die Frau Rothammer oder die Arztthelferin ein bisschen anders verhalten. Ihr könnt es jederzeit auch wieder unterbrechen. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt meinen Gedanken vorgebracht, dann könnt ihr sagen, wieder stopp und könnt ihr wieder vor der Bühne gehen. Und darum stellen, könnt ihr ein bisschen erklären, was ihr vielleicht vorgehabt habt und können wir es dann ganz kurz besprechen. Was auch noch möglich ist, ist, dass man noch eine zusätzliche Person mit auf die Bühne nimmt, die jetzt noch gar nicht dabei war, eine Freundin oder ein Freund oder so. Oder man kann auch mehrere Personen gleichzeitig ersetzen. Okay. Noch eine kleine zusätzliche Regel. Wenn jemand von euch auf der Bühne ist, dann soll man dann nicht mehr stopp rufen, weil wir ihm die Chance geben, dass der seinen Gedanken dann fertig spielen kann. Wenn sie sich wirklich ein bisschen verbranzt und so, dass es nicht mehr vorwärts geht, dann wäre das dann vielleicht unterbrechen, wenn wir es für notwendig auch haben. Okay. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich glaube ich alles abgehackt. Habt ihr jetzt noch Fragen dazu? Okay. Also man muss auch nicht unbedingt eine Lösung bringen. Manchmal ist es am Anfang ganz schwer. Schwere gestern haben wir das auch gehabt. Da ist einfach jemand auf die Bühne gegangen, um sich einfach einmal in die Situation hinein zu versetzen. Weil wie oft geht es auch uns so, dass wir irgendwo hinkommen, sei es jetzt beim Arzt oder bei der Bank oder so, da sind sogenannte Experten oder Fachmänner vor uns, die uns irgendetwas ausstatzen, das wollen wir nicht selber kapieren, oder weil wir die Fachleute sind, und wir nicht genau wissen, wir haben über den Tisch gezogen oder nicht, wir haben uns da selber verhalten können, damit wir die Wahrheit erfahren. Okay. Dann, wenn ihr keine Frage habt, dann würde ich sagen, lassen wir die Szene mal starten, ist jemand mutiger von euch, mutiger von euch, einfach Stopp sagt und vielleicht sich kurz meldet. Dankeschön. Und bitte. Frau Hochmann, bitte. Grüß Gott, Frau Rottermann. Grüß Gott, Veronika. Ja, grüß Gott, Frau Rottermann. Grüß Gott, Frau Rottermann. Frau Veronika? Ja? Finden Sie die Instrumente bitte weg, oder? Ja, natürlich. Ja, Frau Rottermann, was ist der Anliegen, warum kommen Sie zu mir? Ja, Doktor, ich habe so unheimliche Rückenschmerzen, die hören gar nicht mehr auf. Ja, gut, dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Spinnen Sie einmal bitte auf. Jawohl, also Sie müssten die Weste aufnehmen. Ja, Sie tun sich Deutschland schwer, Frau, ähm, Veronika? Ja. Helfen Sie bitte, Frau Rottermann. Ja, natürlich. Ja. Ach, Frau Rottermann. Dankeschön. Danke. So, Frau Rottermann. Wollen wir mal schauen. Fühlt das weh? Oh ja. Und das? Oh, das ist mehr da unten. Hier? Oh ja, da. Ja, gut. Setzen Sie. Ja, die Schmerzen, haben Sie die kurzzeitig, lackern die kurz auf oder sind die dauerhaft da? Mittlerweile sind die dauerhaft da. Ich merke das nur noch. Und seit wann haben Sie diese Schmerzen? Na ja, seitdem ich jetzt wieder arbeitend bin. Aber aufhören kann ich auch nicht. Ich komme gerade so über die Runden. Ja, gut. Also ich kann Ihnen da ein Medikament verschreiben zur Schmerzlinderung. Das ist etwas teuer, wirkt aber sehr gut. Haben Sie nicht was, was ähnlich wirkt, aber günstiger ist? Na, also, Frau Rottermann, günstigere Medikamente gäbe es schon viele, aber es soll natürlich auch wirken, oder? Ich habe halt das Problem, ich kann die Zuzahlung nicht machen. Ja, also Sie können sich vielleicht von den Zuzahlungen befreien lassen. Also jedenfalls, dieses Medikament ist das Beste für Ihre Schmerzen. Das müssen Sie jetzt so nehmen. Die Gesundheit hat halt den Preis. Aber, da gibt es so. Ja, für Onika, sind Sie schon fertig? Nein. Oh, da haben wir einen Stopp. Super! Das ist jetzt nicht abgesprochen, oder? Das ist jetzt nicht abgesprochen. Ja, Frau Rottermann. Wo möchtest du Leidemacher? Direkt hier? Ja, bevor wir das aufpassen. Das ist so wie aufpassen. Okay. Oh ja, also, dieses Medikament ist das Beste für Ihre Schmerzen. Das müssen Sie leider so nehmen. Die Gesundheit hat halt immer einen Preis. Aber, da gibt es doch... Ja, Veronika, sind Sie schon fertig? Äh, nein. Ja, Veronika. Also, da gibt es nichts, was irgendwie vergleichbar ist, was weniger kosten würde? Nein, nein, nein. Was übernommen wird? Da gibt es schon viele günstigere, aber ich sage Ihnen, die bringen nichts. Okay, und wenn ich jetzt bei der Ärztekammer anrufen würde, oder beim Verbraucherschutz, die würden mir das so bestätigen, wie Sie das sagen. Sie würden Ihnen das bestätigen. Okay. Aber, ähm... Ja, Veronika, ich dachte, Sie sollen... Sind Sie schon fertig jetzt endlich? Verbrauchen die Instrumente? Ja, hier. Die Schönen sind schon fertig. Na ja, na ja, na ja, also das ist noch nicht gut. Was meinen Sie? Sauber gemacht hier. Ja, ähm... Veronika, holzen Sie mich. Ich nehme mal noch ein bisschen, bitte. Ja. Aber Veronika, was wollten Sie sagen? Ja, ich wollte nur sagen, vielleicht sollten... Ja, vielleicht sollten Sie... Vielleicht sollten Sie doch nochmal fragen, wegen den Medikamenten. Ich finde, ob es schon was gibt. Ja, also, ganz sicher, dass es da nichts anderes gibt. Also, ich möchte jetzt nicht in Frage stellen, sondern auch die Bibliothek als Arzt, aber ich kann mir das im Moment nicht leisten, aber ich müsste mich dann schon mit einer Alternative umrücken. Na ja, Sie können sich ja vielleicht befreien lassen von den Zuzahlungen. Da müssen Sie ja wohl die Quittungen aufgeben und dann bei der Krankenkasse einleiten. Aber ich müsste das ja vorstrecken, das kann ich nicht. Sie müssten das vorstrecken. Aber haben Sie nicht irgendwie Verwandte, irgendwie jemanden, der Ihnen Geld leihen könnte, zum Beispiel? Ja, ich könnte meine Tochter mal anrufen. Ja, fragen Sie doch mal Ihre Tochter. Haben Sie einen Telefon? Also, ich habe gerade keinen Telefon. Oder Veronika? Ja. Ja, geben Sie der Frau Rolome. Aber kommen Sie dann auch nochmal zu mir. Also, ich habe noch so viel Zeit, jetzt hier zu warten. Okay. Ja, der nächste Patient kommt jetzt rein. Und Sie können einen Telefon geben. Ja, natürlich. Komm jetzt mit, Veronika. Ja. Ein Telefon. Was soll ich das nur? Nein, nein. Ein Telefon. Okay. Ja, hier. Danke schön. Ja, ja, hallo Maria. Du, sag mal, du kannst doch das mit dem Google. Ja, ja. Pass auf, der Arzt hat mir hier XY beschrieben. Kannst du mal gucken, ob es da was gibt mit dem gleichen Wirkstoff, was günstiger ist? Ja. Ja. Danke, Maria. Danke schön. Tschüss. Vielen Dank. Kein Problem. Wie hat man jetzt gesagt, dass Z-Alpha genauso wirkt, den gleichen Wirkstoff hat. Haben Sie da Erfahrung mit? Ja, das ist wirklich so. Die Farmaindustrie, das ist wie, wenn Sie zum Edeka gehen und gut und günstig kaufen, ist auch genauso gut ist, aber wesentlich günstiger wie zum Beispiel Dr. Oetker. So ist das bei dem Art. Fedi Kamel, der auch mit der Farmaindustrie, aber ich kann es von heute im Herrn Dr. nicht so sagen, aber... Ich höre das gerade nicht. Ich höre das gerade nicht. Aber es ist tatsächlich so. So eine gigante Gramm-Schwesterhebam. Okay, danke schön. Also was natürlich immer sehr gut ist, wenn man eine Tochter hat, die sich total mit Google auskennt und mit medizinischem Fachausdrücke. Aber wo jetzt die Szene schon gelöst ist, weiß ich nicht, wie sexiert ist. Ich glaube, dass in einem so einen Moment... Also ich sehe es unrealistisch an, dass die Frau Rothammer da den Mut hat, dem Arzt so zu widersprechen oder so zu insistieren und vor allem auch die Veronika so mit reinzuziehen. Also das sehe ich jetzt, also glaube ich, es wäre natürlich schön, aber das sehe ich als unglaublich. Das denke ich, das würde sie nicht machen. So eine Autorität, und wenn der das so abbiegt, dann wird die Frau Rothammer, ich denke nicht, dass sie den, also wahrscheinlich nicht das allerhöchste Bildungsniveau hat. Die wird bestimmt auch nicht so formulieren, wie du formuliert hast. Und sonst, ja, das, also ich, wäre schön, aber es ist, glaube ich, unglaublich. Wahrscheinlich. Wirst du es anders ausprobieren? Die Veronika würde ich vielleicht anders machen. Die Veronika ist ein bisschen dagegen, aber ein bisschen indifferent. Haben Sie Lust, dass es auf die Bühne kommt, oder hast du Lust? Ja, also Frau Rothammer, günstigere Medikamente gäbe es viele, aber das soll ja auch wirklich nicht. Also, das müssen Sie jetzt leider, ja. Die Generika haben wir hier nicht. Sind Sie schon fertig mit den Instrumenten, ne? Ja, ich meine nur das letzte Mal bei der Frau. Also ich brauche die bei der nächsten Patienten, machen Sie das bitte. Was meint denn die Veronika damit? Ja, die Veronika, ich weiß nicht, was sie meint. Die Generika haben Sie doch bei der Frau auch verschwunden. Veronika, was wollen Sie nicht? Nein, das tut mir leid, es tut mir leid. Also, Frau Rothammer, Sie können sich ja vielleicht nicht sagen, günstigere Medikamente, wie gesagt, habe ich schon, aber das bringt Ihnen nichts. Ich kann Ihnen das sagen als Ausdruck. Also, wenn Sie meinen, dass das wirklich... Ja, das lehnen Sie ja bestens zwei, drei am Tag. So, was wir aber auch machen müssen, sind gewisse Rückentherapien, weil dieses Medikament bekämpft zwar Ihren Schmerz lindert, aber nicht die Ursache. Ich würde Ihnen daher unbedingt zum Beispiel die homöopathische Mediktionstherapie oder die Stoßkörntherapie geben. Die ist wahrscheinlich besser für Sie, weil sie sanft werden. Und wie viel kostet die? Kosten sind relativ, Frau Rothammer. Wenn Ihre Schmerzen dann ein für alle Mal weg sind, das sind denn dann schon ein paar hundert Euro. Wann nimmt das denn die Krankenkasse? Leider nein. Alles, was einem Patienten gut tut, muss er heutzutage selbst bezahlen. Das ist leider so. Also, ich schlage es vor, wir probieren es mit der Extrakoporalen Stoßballentherapie. Veronika, machen Sie das aus mit der Frau Rothammer? Das machen wir dann aus. Machen Sie das aus, von Sitzungen? Genau. Das glaubt mich. Und wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss. Frau Rothammer. Wir machen das. Wir machen das. Das ist eine schwierige Situation, weil die Veronika möchte helfen, aber sie weiß, wenn sie sie in ihren Vorgesetzten wehrt, wird sie wahrscheinlich die Stelle verlieren. Aber, in mein Recht rein juristisch betrachtet, kann sie sich jetzt in der Situation, wenn sie sich so abgespielt hat, herausstreichen, dass das letzte, was sie im Kopf hatte, ihr eigener Vorschlag war. Sprich, dass sie den unabsichtlicher herausgestellt hat und nicht mit Vorsatz. Und darum geht es dann meistens. Wenn er sie jetzt kündigen würde, hätte sie vom Arbeitsgericht mit dem Argument sogar sehr große Chancen. Aber ob das die Veronika wieder weiß? Ja, ich denke, in dem Moment wird sie dann auch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtswaltstand suchen, der sie genau auf diese Vorsatzthematik hinweisen wird. Und damit hat sie auch eine Chance, durchzukommen. Klar geht es dem Doktor darum, dass er seinen Profit machen will. Nur er wird dann auch auf seinen Anwaltfragen konsultieren und der wird ihm dann sagen, bevor wir jetzt hier einen Ballon aufblasen, lauter Umständen, noch detoniert. Lassen wir es doch lieber bei der Sache, so wie es ist. Es gibt noch einen kleinen Rüffel und beim nächsten Mal, in dem Fall kann man, wenn die Situation so arg ist wie mit ihr, kann man da durchaus durchkommen. Und da finde ich dann den Schneid, den die Assistentin hat, also die medizinische Helferin, genau den richtigen an dem Ansatz, so wie sie jetzt reagiert hat. Ich hoffe, es ist blöd. Also ich glaube, ich hätte versucht darzustellen, dass es draußen dann in der Anmeldung ihr sagt. Schon klar, ja. Ist ja auch nicht klar, ob sie draußen sind. Das Problem ist, dass die Frau Rotterdam wahrscheinlich mit dem Begriff Genedika überhaupt nichts anbieten kann. Und dass die Apotheker natürlich auch versuchen, immer das teuerste Medikament zu verkaufen, was sie haben. Also ich weiß nicht, ob es eine wirkliche Lösung ist. Also ich habe in der Apotheke schon auch Beratung bekommen, dass es auch billiger gibt. Aber nur, wenn man nicht weiß, wenn man direkt danach fragt. Immer direkt danach fragt es dann, ne? Aber ich denke, diese praktische Solidarität, dass man zumindest die Kundschaft, die Behinderung noch informiert, das ist auf alle Fälle schon mal ein guter Akt in Richtung Solidarität. Genau, wenn man halt wirklich schon, dass die Frau Rotterdamer dieses Wort nicht weiß, dann kann man sich ja auch einführen und das umsteigen. Wobei es jetzt zum Beispiel, wie es jetzt in der Szene war, kommt, glaube ich, die Grammenschwester nie mehr aus, das dann tatsächlich auszumachen. Weil ich ja schon gesagt habe, wir machen das jetzt aus und wir sehen uns wieder und so weiter. Wenn es dann rauskommt, dass die Grammenschwester keine Sitzungen ausgemacht hat, dann ist das sehr schade. Naja, sie kann ja auch nicht mehr in der Fall. Man kann nochmal anrufen und sagen, ah, kein Geld. Hat für euch noch jemand eine Idee, wie man vielleicht noch wenden könnte, ohne dass jetzt die Veronika entweder Stress mit Rechtsanwalt oder ein Gericht hat oder Angst um ihren Job haben muss? Hättest du? Also ich mag es nicht spielen, aber die Frau Rotterdamer könnte darauf bestehen, dass er sich das nicht leisten kann. Der Arzt ist ja immer Pflicht, dir irgendwie zu helfen. Also Sie mehr mit Nachdenken... Magst du das nicht spielen? Nein. Hat jemand anderes Lust, vielleicht diese Situation, dass die Frau Rotterdamer zumindest finanziell nicht nachgibt und sagt, sie braucht was, aber kostet drei möglichst? Ach ja. 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 Ja, also ich würde Ihnen daher die extra korporale Stoßbeintherapie empfehlen, weil die sanfte für Sie ist. Was kostet die denn? Was kostet, liegt so bei 300 Euro. Also das kann ich nicht. Nee. Können Sie sich nicht lassen? Nein, also ich komme gerade vom Flaschen sammeln. Ich habe keine 300 Euro, Herr Doktor. Und dann schauen Sie mal, wie viel ich heute habe. Ja, aber Frau Rotterdamer, ja, okay, das kommt wieder live. Nein, das ist heute Morgen um 10 Uhr unterwegs. Aber wissen Sie, wenn der Rücken doch wieder gut ist, dann kann ich Sie doch auch wieder arbeiten. Ja, erst hinterher. Ja, erst hinterher, aber Sie können ja zum Beispiel auch erst mal ein Teil rein und dann arbeiten Sie das wieder rein. Ich bin ja von wem, denn Sie kriegen sich's leicht. Herr Doktor, Herr Doktor, ich möchte sagen, es sind wirklich ein bisschen andere Dimensionen bei der Frau Rotterdamer. Ich kenne Sie jetzt schon wirklich sehr lange und die Frau Rotterdamer, wenn sie sagt, sie hat kein Geld, dann hat sie wirklich... Ja, aber Frau Rotterdamer, Sie müssen was gegen Ihre Schmerzen tun. Wenn Sie jetzt nach der Woche warten, dann tut das Ihnen überhaupt nicht gut. Ja, 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 das weiß ich ganz genau. Ich laufe ja damit rum. Ja, und das sagt auch der Befund, also ich würde Ihnen das schon empfehlen, das zu machen. Herr Doktor, Sie sagten ja wirklich, sie hat kein Geld und... Also wenn Sie hier meinen medizinischen Rat nicht befolgen, kann ich für nichts garantieren, was Sie hinter sich. Sie müssen mir was verschreiben und entweder ich kann es gar nicht zahlen oder es ist was günstigeres, was ich vielleicht finanzieren kann. Also Sie können gerne bei anderen, bei Kollegen anfragen, vielleicht gibt es da welche mit einer sozialen Ader, die... Das hat mir gegeben, aber bei mir ist das nicht drin. Herr Doktor, die Frau Rotterdamer ist doch schon so lange ihre Patientin. Und wenn sie wirklich sagt, sie kann es sich nicht leisten, wenn sie wirklich schon Flaschen... Herr Ronita, Sie wissen doch selbst, wie das ist, wir heutzutage als Ärzte. Ja, ich weiß, ich kriege einen Bruchteil von Ihnen. 40 Euro pro Patient, ich meine, ich muss auch meine Familie, ich habe drei Kinder, muss ich ernähren. Herr Doktor, das ist mir bewusst, und in Ihren großen Basis sind wir schon sehr anscheinend. Also den Sie verdienen doch auch, dass er ernährt. Nein, Herr Doktor, aber nicht bei der Frau Rotterdamer, wir kennen Sie doch schon so lange, probieren Sie es doch mit Krankengymnastik. Mit Krankengymnastik? Ja, ich habe keine Ahnung, das gefällt nicht richtig an, das hat mich dann immer so gemacht. Wollen Sie das so versuchen? Okay, ich wünsche Ihnen alles. Danke sehr. Möglicherweise mit Hartnäckigkeit und mit der Solidarität, wo der Pärore war. Ich hätte noch gerne noch mal den Weg gehen, wenn es der Krämpfung der Stoß geht. Könnte es vielleicht funktionieren. Also Hartnäckigkeit ist wahrscheinlich ein Tipp vielleicht in so einer Situation, ich denke wirklich abbiegen lassen, selbst auf die Frage, dass der Halbwort in Weiß ein bisschen unsanft reagiert, weil das ist ja nicht gewohnt, Widerstufen. Wir haben gestern auch einen interessanten Fall gehabt, da ist auch jemand auf die Bühne, die Frau Rotterdamer sozusagen, und der hat da mit dem Arzt zum Feitschen angefangen. Und der hat gesagt, der Freund von ihm hat das auch schon gemacht bei einem Arzt, weil der Punkt ist ja der, der Arzt ist auf der einen Seite dein Arzt eben, aber auf der anderen Seite auch ein Geschäftsmarkt. Also in diesem ganzen Igel, da ist ja ein Händler, der will da was verkaufen. Ich habe ja vorher schon gesagt, es ist ja so weit, dass dann Sachen wie die Krankengymnastik, die wo die Krankenkassen bezahlt werden würden, der Arzt gar nicht sagt, damit er eben mit dem anderen mehr Geld verdient. Und dann kann man vielleicht wie ein Passat sozusagen mit dem Arzt auch handeln. Ich weiß nicht, da ist dann gestern irgendwie so ein Kompromiss bei ungefähr der Hälfte dem Preis rausgekommen. So als Tipp, wenn man es eben am Arzt verhalten kann. Okay, ich denke, ich habe ein paar Eindrücke, wie man sich vielleicht in so einer Situation verhalten kann. Ich würde vorschlagen, dass wir mit der zweiten Szene, die wir noch vorbereitet haben, beginnen. Das ist ja die Szene, wo der Herrberg, der Leiharbeiter, vom Job selber kommt, total frustriert ist und ein Bierkant trinkt und da in der Kneipe seinen früheren Schuhkameraden und so weiter den Kustel wieder trifft und der Kustel beim Mittagsbier, sagt er, total über die Arbeitslosen herzielt. Kein Vorurteil nach dem anderen, runter bittet. Da kann man wieder ausprobieren, ob man vielleicht was findet, dass man den Kustel-Munddruck macht oder vom Gegenteil überzeugt oder das einfach mehr auszuprobieren, wie es eigentlich ist, wenn man mit so jemand vorurteilsbeladenen Menschen versucht zu diskutieren. Alles ist schon schwer. Okay. Dann würde ich sagen, Ruh, bitte. Gerda, das Mittagsmenü unter Hals, bitte. Ja, Servus, Herrberg. Ihr habt euch ja eh nicht immer gesehen. Ja, stimmt. Bist du auch fertig? Ja, anstrengender Tag. Ja, für mich auch. Die ganze Woche schon. Jetzt gehöre ich mal ein Mittagsbier. War ein Katzenform mit einer Fax. Und du? Was treibst denn du so? Na ja, so dieses und denes. Heute habe ich mir beim Arbeitsamt vorbeigeschaut. Was? Bist du nicht bearbeitslos? Nein, ich bin nicht arbeitslos. Ich habe mir bloß, dass ich bewerbe, dass ich mal machen muss. Ja, halt mir auch gewundert, wenn du auch zu den faulen Säcke gehörn hast, die sich auf Staatskosten durchfretten. So, einmal, was hast du gelernt? Schreiner, glaube ich, oder? Ja, Schreiner. Bist du nicht? Was darf ich denn rein? Jetzt bitte. Zum Essen nicht? Nein, danke. Wo war meinst? Ah ja, beim Arbeitslosen. Du, ich sag's dir. Das ist der Wahnsinn. Der Arbeit nix und kriegst vorne und hinten rein schon. Unser einer lernt ewig, damit er einen guten Job hat. Dann verdient's zwar nicht schlecht, hast du aber ewig voll Abzüge, damit du die Arbeitslose bei Gaststuhl fällen kannst. Und es bleibt ja vom Motorfaust kriegst mehr. Kustel, bist du wieder am Schimpfen. Ja, weil es wahr ist. Ja, weil es wahr ist ohne Scheiße. Wir vermehren sich wieder die Keilige. Die gescheiten Leute aber, mit einem anständigen Job, kriegen keine Kinder mehr, weil sie es zeitlich nicht mehr schaffen. Du, meine Frau und ich hätten auch gern Kinder. Aber jetzt haben wir zuerst studiert und jetzt müssen wir arbeiten, damit ihr Geld reinkommt. Wir wollen ja ihnen auch was bieten. Und die anderen, wenn ich meine Arbeitslosen-Nachbarn anschau, die haben fünf Kinder. Und wer finanziert die? Wir! Die machen es ihr schönes Leben mit ihren Echtfratzen und wir dürfen es zahlen. Da stimmt doch was, ich muss das Leben nicht! Du, du, ich sag's dir. Mittlerweile sind Deutschland so weit, dass man gar nicht mehr arbeiten braucht und die fleißigen TV-Infrauen finanzieren. Als Ausrede sagen sie dann nicht mehr, dass es keine Jobs gibt. Aber ich sag dir eins, in Regensprache gibt es so viele freie Stellen. Die sagen sie doch nur schön zum Arbeiten. Oder? Was denkst du, du sagst? Also ich muss weg. Servus. Was ist denn mit ihm? Hallo, der ist einfach gange. Und wer trinkt jetzt das Bier? Stell es mir her, das habe ich mal verdient. Also da kann man natürlich verstehen, dass man gegen so einen rabiaten Typ, der Huschel, ein bisschen schau, hat der Knochen ist und so. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, man hat mal schon die Nelke gebrannt. Was da irgendwie, dass man da was dagegen setzt. Ja, ich habe nicht wirklich eine Idee, aber ich würde schon ganz anders anfangen. Ja, willst du das vormachen, oder? Ich habe noch keine Idee, aber ich würde halt nicht anfangen zu lösen. Okay. Also ich würde sagen, dass ich keine Arbeit habe und auch sagen, warum das so ist und dann rufen, wie das geht. Ich habe ja noch zwei Arzt. Genau. Warum heißt er halt, diskutieren hinterher und vorher haben wir ausprobiert, ob es funktioniert. Oder? Habt ihr das so richtig? Also wir möchten die Arzt nicht drängen, oder? Also das ist... Ich probiere es nicht. Das macht kein Wachstum. Ja, Servus, Herrlehrer. Wo willst du denn? Ach, wo steht er? Aufhören. Ja, Servus, Herrlehrer. Die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, das stimmt. Ja, was treibst du denn so? Ach, okay. Dies und das. Heute habe ich einen Termin beim Arbeitsunterricht. Was? Bist du denn beurzulost? Ja, jetzt schon eine ganze Weile leider. Ja. Weil das mit der Zeitarbeit, wenn ich da mir das jetzt verfügt, mit der Leiharbeit, dann fliegt man halt den Älter raus. Wenn die Aufklärung der Genehmung stimmt. Okay. Sagen wir mal, das ist doch bloß eine Ausrede, oder? Du bist doch bloß faul zum Arbeiten. Man kriegt ja bald nicht mehr. Man kriegt ja bald nicht mehr. Ich beschreibt Bewerfungen. Ja. Monatelang viele Bewerfungen. Man kriegt ja teilweise nicht mehr anbunden. Meinst du? Ich gehe gehe nicht mehr, wenn man freundlich geht. Das freundlich soll ich nicht mehr so wohnen. Vielleicht gehübt du dich auf die falschen Stahl? Ja. Was hast du denn gehört? Scheinerbühne. Ja. Da kannst du zum Beispiel nach Kölnern, oder bei den Straßenarbeiten mitholfen, oder aufheilen oder so Sachen machen? Musst du wieder Scheine haben? Ja, aber ich muss ja auch reisen. Für solche Jobs, da kriegt man halt auch nichts mehr. Und ich muss ja auch meine Familie durchbringen. Ja, aber sag mal wenigstens nass du was da ist. Weil so muss ich die komplett finanzieren. Das ist der Meinung immer anliegen hinterher, wenn es dann praktisch aus der Situation rausgeht, dass man nicht klar macht, dass ich als Mensch ganz ein anderer ist. Weil das ist natürlich schon unangenehm. Also wenn man da so eine Konfrontation ist auf die Schauspieler oder die Schauspieler. Ja, aber ich denke jetzt den Weg der Wahrheit zu gehen, das hat ja auch schon mit ganz viel Wind aus dem Siegel genommen. Dass man vielleicht aus der Situation mehr rauskommt. Einfach die Wahrheit sagt, so wie es halt ist. Und irgendwie, selbst wenn vielleicht der Gust jetzt in dem Moment nicht gleich zugibt, dass er jetzt sofort keine gehabt hat, vielleicht zu Hause, würde das jetzt mal mehr überlegen. Oder so. Wir schauen. Aber es nimmt ganz viel aus. Es nimmt ganz viel aus, ja. Die Einerzeit ist natürlich so. Du bist immer leiser. Ja. Also Sie haben mich echt gut gebremst. Nein, nein, nein. Hat noch jemand eine Idee oder möchte ich sich den Herausforderung stellen? Nein, da. Ich glaube schon einen Blick dafür. Nein, 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 nein. Und jetzt schon eine Chance. Ah, super! Das darfst du bitte kommen. Also, wenn wir jetzt in den Moment ansetzen, in dem ihr aufsteht und sagt, ich muss schnell weg. Und ihr hinterfraubt. Genau, da stehen. Und ihr legt doch bei nächstes. Ich nehme den Herbert, der jetzt nicht getraut hat, zuzunehmen, dass der Arbeitsloch ist. Kurz auf diesen Schwung. Aber wir haben die solchen Schwung. Aber das ist nicht so. Das sind... Schauen Sie uns vorher an. Kurz gefahren. Aber als Ausrede sagen die dann nicht mehr, dass sie gar keinen Job kriegen. Aber ich sag dir eins. In Rentsport gibt es genügend Freistellen. Die halten sich doch noch schön zum Arbeiten. Oder? Was denkst du? Ich muss... Ich muss... Ich verstehe. Ja, jetzt hör zu. Was ich dir sagen wollte, ist, dass die Arbeitslosen später entfaudern und ich den zahlen muss. Das hab ich gesagt. Herr Kussler, hast du immer versucht, dich in die Lage eines Arbeitslosen zu versetzen? Ja, für was denn? Ich bin doch nicht Arbeitslose. Aber mein Job. Ich hab was kurz gelernt. Ich werde nicht arbeitslos. Ich brauche als immer. Bist du dir so sicher? Ja, für alle. Wirtschaftskrise auch so ein Scheiß. Hab mit mir nichts zu tun. Aber es gibt ja immer eine 1%-ige Chance, dass es auch die geht. Ein 1%? Was ist denn ein 1%? Heutzutage viel. Wir kennen uns aus der Schule. Du warst da noch so so ein Spitzel. Und deswegen hast du mir jetzt gerade ausgebracht. Dem doch mal nach. Ich hab mir auch drüber nachgedacht. Und ich hab was anderes ausgestellt. Das ist, wenn es jetzt wirklich so ist, dass dein Chef morgen zu mir sagt, ich hab jemand besser gefunden und du bist gefeuert. Und ich muss dir keine Rechenschaft darüber ablegen, warum. Wie reagierst du? Da gehörte ich vor das Arbeitsgericht. Da kann ich nicht einfach so rauszuschmeißen. Du gehst also vor das Arbeitsgericht. Ja, frei. Und wenn der mit seiner Armada von Anwälten wieder herkommt? Ja, mein, er soll ich mir noch einen anderen Job. Es gibt doch noch Freie Stellen. Und was ist, wenn du kein Erstbestenfreie Job kriegst? Ja, mein, ich bin mir nicht schön zum Arbeiten. Ich kann was anderes auch tun. Und wenn es nicht hier ist? Wenn es irgendwo anders hin muss? Wie weit würde es begehen in dieser Situation? Wenn es jetzt wirklich mal passiert? Ist das nicht so, dass ich dir das wünsche? Komm, was willst du mir noch jetzt für einen Psychofahrgaffee drucken? Sagen wir mal. Ja, nein. Ich will jetzt mal bloß mal ein Bier trinken und mein Essen essen. Das gibt es ja nicht. Was willst du mir nur noch ein Zeige drucken? Ich trin noch bloß mal ein Bier und wie ist mein Essen das? Was willst du mir noch ein Zeige drucken? Ich will einfach nur, dass wir so ein Ding wie wir früher gehört haben. Und ich weiß, dass wir früher in der Schule über viele Leute das haben uns überlegt haben, wie die drauf sind später. Und weil du gesagt hast, der wird immer was und der wird viel bis und der wird immer was. Und da kann ich mich genau dran ändern. Und jetzt denke ich mal, wie es ist, wenn es plötzlich du doch nicht bist, und der wird irgendwo nicht so. Okay, das ist von mir wurscht, was die Leute sagen. Das ist von mir wurscht. Das ist von mir wurscht. Das ist von mir. Das ist von mir. Das ist von mir. Das ist von mir. Ja, nein. Das lassen wir lieber sein. Wie geht es denn? Deine Frau hat deine Kinder. Das ist genauso gut wie deine. Ja, dann passt's. Ja, gerne, bring mir noch mal ein Öl, bitte. Ich habe jetzt nur versucht, in der Situation, ich habe mich ja selber reingeritten, da ich meine Arbeitslosigkeit nicht zugegeben habe. Zumindest ein deeskalierendes Moment einzubauen, weil ich ihn irgendwo ansetze. Denn wenn ich ihn an Schulfreund schon kenne, dann gibt es Gemeinsamkeiten, die ich drin habe, an denen ich ihn packen kann. Arbeitskollegen ist immer schwierig, weil da kennt man sich nicht so gut, da ist der Junge oder der Hintergrund aus der Schulzeit nicht mit dabei. Und ich kann zumindest ansetzen. Und wenn er natürlich dann sagt und glaubt und sagt, das ist jetzt mir wurscht, dann sehe ich, okay, er will jetzt gerade in den Land reinkommen, aber ich habe es zumindest probiert einmal, so eine Art Samen zu pflanzen. Wohin der Bauch und Schicks wächst, das kann ich eh nicht reinpassen. Das kann man nicht machen. Aber ich habe zumindest da jetzt probiert, ihn mal mit einer Situation zu konfrontieren, zu der ich vorher nicht gestanden habe. Wobei jetzt 50-50 jetzt ausgegangen ist. Ja, er hat ja gesagt, er glaubt ja wirklich daran, dass er jederzeit, wer arbeiten will, der bekommt auch Arbeit. Das ist so seine Fehl oder so seine Auffassung. Aber das ist, also ich hätte natürlich noch weiter damit konfrontiert, und ich würde sagen, wie ist es jetzt im Grunde? Ich würde sagen, wenn Sie sich jetzt in einigen Jahren wieder treffen, wenn Gustlzeitkopf verloren haben. Ich würde mal nur weiter reden. Das ist ja immer eine Studie, wo jetzt über den Bereich so stattfinden. Die Mittelschicht hat eine unheimliche Verdrängungsleistung. Sie hat eine totale Angst vor dem Abstieg und haben ja sehr stark Abstiegsgefährdet. Um das wegzudrängen, umso mehr schimpft uns über Arbeitslose. Und auch dieser Heidmayr, den wir in dem Infoblock mal zitiert haben, der hat die ganzen Mechanismen auch so erklärt, dass eben zur Zeit so großes Bashing gegen die Unterschicht ist, weil eben die Mittelschicht sich so abgrenzen will. Nein, ich kehre nicht dazu. Selbst wenn es schon dazu gehört, rein finanziell, wenn sie abgestürzt sind und nur noch so 800 Euro oder 700 Euro vielleicht für einen Monat haben, dann klauen Sie immer noch, dass es zur Mittelschicht führt. Ich glaube, das war aber der erste Ansatz, die Ehrlichkeit war, wenn wir die beste Direktes und Straight ist, dann liegt eigentlich dahin, um das aufzubrechen. Das war ziemlich gut. Danke. Gehst du denn auch, oder hat jemand die? Also was ich mir nicht vorstelle, ist natürlich gut, aber ich glaube nicht, dass der total frustrierte Herbert das schafft, dann so, aber überlegt, so, versucht noch so empathisch zu sein. Ich glaube eher, wenn er was sagt, dann kriegt er dann, dann wird er aggressiv. Das könnte ich mir eher vorstellen. Also einfach von der Situation her, dass er total deprimiert ist, will jetzt da seine Halbe ziehen, dann kommt, er ist ja super extrem und das fordert jetzt nicht gerade zur, also mich wird das nicht zum, ach komm, lass uns drüber reden, herausfordern, sondern eher zum, entweder ich renne weg, oder den Dusch. Also... Möchtest du es einmal ausprobieren? Ja, schwierig, so eine aggressive, so eine Dings zu spielen, also... Als Herbert aggressiv. Als Herbert dann. Also, dass der dann entweder, der ist ja getrustet, total, und entweder rennt er weg... Ja gut, er hat immer einen Hütz hier, macht immer... Genau, oder er sagt dann, was redest du eigentlich für einen Scheiß hier? Hast du das schon mal erlebt? Möchtest du das draus, oder? Probiert es! Super! Genau, wir haben ja auch noch, ich habe mich vorher vielleicht ein bisschen vergessen zu sagen, die Erdheit ist auch wieder so gebäuer, die Arzthelferin, die ist billig, das Buch hat schon gerne. Aber da euch das nachgefällt, ist jetzt auch die Dusche ein bisschen leichter. Ja genau, was ich noch sagen möchte, wenn es zur Gewalt kommt, auf der Sinne... Nein, das nicht, aber... Ich habe eher die Zeit, du bekommst eine Waffe, aber es gibt Zeit... Wollt jetzt nicht... Ja, da weiß man... Ja, da weiß man... Wo möchtest du dann anfangen? Ja, bei der letzten Tirade. Bei der letzten Range, wo ich... Genau. Okay. Also, ich sag's dir, das ist der Wahnsinn! Der vermehrt sich wie auch die Karnike. Die g'scheiten Leute, mit einem anständigen Job, kriegt keine Kinder mehr, weil sie es zeitlich nicht mehr schaffen. Meine Frau und ich hätten auch gerne Kinder. Aber jetzt haben wir ja studiert, dann müssten wir abends noch wieder Geld reinkommen. Wir wollen ja ihnen auch was bieten. Und die anderen, wenn ich meinen arbeitslosen Nachbarn anschaue, die haben fünf Kinder, und wer finanziert den? Wir! Dann machen sie ihr schönes Leben, mit denen die Fratzen und wir der... Nein, nein! Bin ich halt froh, dass du keine Kinder kriegst, sondern deine Nachbarn. So eine Einsperrung, wie du hast. Und seine Fähigkeiten... Ja, sag mal! Du hast doch keine Ahnung, wie das ist, wenn man arbeitslos wird. Ich hab gemügelnd Ahnung! Weißt du, was ich dir wünsch? Dass du arbeitslos wirst. Und da sitzt. Und zum Amt gehen musst. Und dir immer anhören musst. Dass wir deinen Namen nicht mehr aussprechen können beim Amt. Sich nicht merken können, wie du heißt. Du musst... Du hast doch jetzt einfach mal zu den hier arbeitslosen, ha? Du wolltest ja sagen, weil ich nämlich arbeitslos bin. Ander, wollt ich dir einen Satz wollen oder was? Wollt ihr einen Satz mich benennen oder was? Du, von dir würde ich überhaupt nichts nehmen. Gott sei Dank hast du keine Kinder und setzt nicht da so... Kinder in die Welt mit so einem Gedanken-Gut, das du hast. Wer rätst du mit mir? Also du wundervollst in der Schule warst du noch ganz nett. Aber du bist ja in der Schule. Ich hab noch mehr dran. Ja, Gott sei Dank. Jetzt werden auch noch ein Tisch. Prost! Aber ich glaub, für den Herbergen würde ich mir das gut tun. Ach ja. Uns Zuschauer tut das auch gut, oder? Ja. Also wenn wir mal... Also... Ist mir jetzt so gar nicht, wenn ihr die gesehen habt, genau... Also... Manchmal muss man vielleicht bei sich in den Paragonen einfach auch mit drauf haben, übers Maul fahren, weil es einfach gut tut. Ich glaub, es wäre mir viel anstrengend, die Rolle jetzt mal jemanden nix sagen darf. Ach, gib mal! Ja, wir haben das schon mal gemacht, aber... Oder? Erster Herbergen, ja. Ja, Herbergen, so ja. 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 Ja, man möchte vielleicht noch erwähnen, weil es auch ganz... Ja, gute Lösung war meines Erachtens auch jemanden gehabt, der sehr ehrlich war, von Anfang an gleich gesagt hat, ich bin arbeitslos. Und er hat dann zum Schimpfen angefangen, und hat dann... Der... Der Sessler hat dann gesagt, ja, ich sitze den ganzen Tag zu Hause, ich habe ein gutes Leben, du hast einen Stress, ich habe ein super Leben, und dann... Ich finanziere dich! Und dann sagt der Arno, ja, es ist doch super, dass mich du finanzierst, So richtig auflaufen lassen, oder? Ja, da, da, da... Und dann machen wir, das ist einfach ganz frech. War auch schön da. Okay, ich glaube, das waren jetzt auch wieder tolle Einträge, ganz verschiedene Arten, wie man das vielleicht lösen kann. Ich möchte das natürlich nicht abwürgen, wenn da jemand jetzt eine neue Idee hat, dann können wir das noch machen, sonst würde ich vielleicht zur nächsten Szene noch überleiten. Okay. Die letzte Szene, wo wir es noch vorgestellt haben, ist wieder ein bisschen da, ist natürlich auch eine ernste Szene gewesen, aber vielleicht noch ernster, die Szene, wo die Mutter zwangsgeräumt wird. Sie hat, wie gesagt, war depressiv, hat die Rechnung nicht bezahlt, äh, und... ... 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 Herr Meier, ich muss Ihnen schon sagen, das ist immer das Gleiche mit den Leuten. Ja, vielleicht ist auch niemand da? Nein, da ist immer jemand da. Glauben Sie mir. Wir sitzen zu Hause rum und tun nichts. Frau Huber! Also, das hat keine Sinn. Kommen Sie, machen Sie bitte auch. Ja, auch wenn es sein muss. Bitte schön. Danke. Ach, diese Ordnung in diesen Häusern. Ha, die ganzen Briefe, die hätte Sie besser aufmachen sollen. Herr Meier, seien Sie so gut und machen Sie doch ein Fenster auf. Grüß Gott, Frau Huber, mein Name ist Jam. Ich komme vom Amtsgegen. Entschuldigung. Grüß Gott, Frau Huber, mein Name ist Jam. Ich komme vom Amtsgegen und habe hier einen Beschluss, dass Sie die Wohnung sofort räumen müssen. Aber was machen Sie in meiner Wohnung? Sie haben Ihre Miete nicht vollständig bezahlt. Schon seit Stornhofen. Ah, gute Wahl. Ich glaube, und zwar da wurden wir den Bescheid vom Amtsgericht vor Ihnen anhält. Grüß Gott, Frau Huber, mein Name ist Jam. Ja, ich habe hier, ich komme vom Amtsgericht und habe hier einen Beschluss, dass Sie die Wohnung sofort räumen müssen. Bitte, aber Sie müssen jetzt die Wohnung verlassen. Ja, ja, das sehe ich schon, aber ich glaube, hier fehlt eine Unterschrift. Ach, Pappelabmatt, diese Unterschrift ist nicht wichtig. Also, wer hat das denn unterschrieben? Ja, Meiler, Sie sind wohl zum Türe aufmachen da, bitte warten Sie, bis wir fertig sind. Ich dachte, Sie haben einen Unterschrift. Ja, mein Gott, es hat heute Verbeutung vergessen. Ja, woher heiße ich dann, dass Sie nicht irgendeine Betrügerin sind, die hier mit Ihrem Kumpanen einbricht und mich aus meiner Wohnung herrscht? Also, ich kann... Hier ist mein Ausweis. Ich bin die Gerichtsvollzieherin, ich komme vom Amtsgericht, okay? Das habe ich gehört. Haben Sie da mal eine Telefone, wo ich angucken und nachfragen kann? Sie brauchen doch jetzt nicht ewig lang rumtelefonieren. Dann müssen Sie mich auch an der Uhr tragen. Da steht die Nummer. Ich habe auch ein Handy für Sie. Ja, Meiler, Sie sind kurz zum Türe aufmachen da. Ja, aber Frau Schramm, wenn Sie da solche formale Fehlern haben, ist dieser Beschluss auch nicht kürzlich. Ja, hier ist vorhin eine Person, eine Person aufgetaucht, hier nennt sich Frau Schramm und sie sagt, sie hat einen Beschluss vom Amtsgericht wegen Zwangsräumung, aber ich sehe hier ist nichts unterschrieben und da ist auch kein Stempel drauf. Ich wollte mal nachfragen, wie das da aussieht. Ja, also Sie müssen schon verstehen, dass ich mich jetzt hier nicht einfach aufs Gerad wohl aus meiner Wohnung räumen darf. So, wäre nett, wenn Sie mal mit Frau Schramm sprechen können, die meinte nämlich, ich müsste jetzt hier trotzdem raus, aber das mache ich natürlich nicht. Ja, ich gebe sie Ihnen. Ja, hallo. Ja, ich habe ihr das Gleiche gesagt. Die Unterschriftung des Stempel, die es leicht nachzuholen. Ja. Ja, ich habe ihr auch gesagt, sie soll die Wohnung verlassen. Na ja, gut, dann komme ich euch heute Nachmittag nochmal. Ja, gut, tschüss. Heute Nachmittag um 15 Uhr bin ich wieder hier. Gut, dann wiedersehen. Los, die kleine Verschriftung ab. Wo ist es? Gut. Ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen Wunschdenken, dass jetzt so wirklich die Papiere nicht in Ordnung sind. Aber mal die Papiere genau zu prüfen, kann wahrscheinlich ein wichtiger Ansatz sein in dieser Situation. Aber es ist ja leider nur aufgeschoben worden, diese Zwangsräumung, auf rund 15 Uhr, dann sind dann die Unterschriften nachgeholt worden. Fluchtgesteckt, wie das haben wir jetzt damit ganz geschafft. Darum würde ich sagen, hat vorher schon jemanden... Ja, ja, super. Ich hätte eine Zeit, die ich. Hm? Ich hätte eine Zeit, die ich. Genau. Ja. Ich habe eine Zeit, die ich. Super. Wie möchtest du hier sitzen? Ich bin erst im Alter Norden. Ich bin die Nachtgeräte. Die Nachtgeräte. Ah, ganz in Ordnung. Ja, gut. Gehen Sie von vornherein mit oder kommen Sie nach und merken Sie, weil die Türe offen ist? Ja, genau. Okay. Herr Mayer, seien Sie so gut und machen Sie bitte auf. Ja, wenn es sein muss. Bitte schön. Ach, diese Unordnung in diesen Häusern. Ha, die ganzen Briefe, die hätte Sie mal besser aufmachen sollen. Herr Mayer, seien Sie so gut und machen Sie bitte den Fenster auf. Ja. Grüß Gott, Frau Uhr. Mein Name ist Scham. Ich komme vom Arztgericht und habe hier einen Beschluss, dass Sie die Wohnung sofort räumen müssen. Was machen Sie meiner Wohnung? Sie haben Ihre Miete nicht vollständig bezahlt. Auf Mahnungen haben Sie nicht reagiert. Grüß Gott. Der Vermieter ist zum Gericht gegangen. Ich bin die Nachbarin. Grüß Gott, was wollen Sie denn hier? Ich bin eine Nachbarin und eine Freundin. Ja, können Sie einfach so da rein sparschieren oder was? Ich habe ja auch gemacht. Sie hat ja geklappt. Was schreien Sie denn hier so drum? Sie wissen doch, dass es Ihnen zurzeit nicht gut geht. Ich weiß gar nichts und das interessiert mich nicht. Ich habe ja Anordnung, dass ich die Frau Huber mitnehme, denn sie muss die Wohnung jetzt sofort verlassen. Sie sind das, glaube ich, nicht, dass Sie das können. Eine Mutter mit zwei Kindern von heute auf morgen raus sparschen. Wie auch immer, das interessiert mich nicht. Ich habe diese Anordnung und was Sie sagen, ist mir auch nicht geil. Frau Huber, kommen Sie jetzt bitte mit? Also Sie sehen ja, sie hat die Briefe gar nicht gelesen, weil es ihr psychisch nicht so gut geht. Ja, das ist nicht mein Problem, da ist sie selber schuld. Ich denke schon, wenn wir jetzt zum Doktor gehen und... Herr Meier! Ja? Herr Meier, mit Ihnen spreche ich hinterher noch ein Wörtchen. Haben Sie mich verstanden? Ich habe jetzt schon zehn Räumungen mit Ihnen gemacht und jedes Mal schreien Sie so rum. Ich kann es nicht mehr hören. Und ich denke, es gibt... Herr Meier, ich kann mich auch bei Ihnen schädlich beschweren. Also, ich bin auf Sie nicht angewiesen. Ja. Also, was wollen Sie? Ich bin mir sicher, es gibt härte Regelungen. Und wenn jemand seine Briefe nicht aufmacht und zwei kleine Kinder und arbeitslos ist, bin ich mir sicher, dass wenn ich jetzt mit ihr zum Doktor gehen würde und sozusagen ein Attest ausstellen würde, dass es ihr zur Zeit nicht gut geht, plus zwei kleine Kinder, dann werde ich sie sicher ausbremsen können. Da bin ich mir sicher. Sind Sie jetzt mit Ihrer Leier fertig? Dann kann ich nämlich jetzt meinen Job machen. Frau Huber, auf geht's! Nein, 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 ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich möchte Sie jetzt bitten zu gehen. Wir werden das ärztliche Attest nachreichen, sowie das Alter der beiden Kinder nochmal schriftlich Ihnen mitteilen, damit Sie sehen, es geht hier nicht um eine einzelne... Was glauben Sie, wenn ich bei jeder Zwangsräumung so rumschreiße, dann werde ich nicht befertigt mit meiner Arbeit. Das macht aber nichts. Das ist jetzt im sozialen Bereich tätig. Und ich muss dir ehrlich sagen, Sie müssen schon differenzieren. Das ist jetzt wirklich eine Mutter mit zwei Kindern. Das kann man nicht einfach machen. Also, bis morgen haben Sie Zeit. Morgen Punkt 10 bin ich wieder hier. Nein, bis morgen haben wir Zeit, das Attest nachzureichen, dass es der Frau nicht gut geht. Aber nicht bis morgen früh um 10 werden wir räumen. Ich werde mich ein bisschen um den Papierkrieg kümmern. Wir werden mal bei einer Sozialarbeiterin antworten. Ja, machen Sie, was Sie wollen. Genau. Dankeschön, auf Wiedersehen. Beim Umzug würde ich Ihnen lernen. Ja, also ich denke praktische Solidarität durch die Nachbarschaft. Hast du da... Na, aber ich denke mal, das gibt wirklich eine herrte Regelung. Wenn man psychisch nicht fit ist, dass man sagen kann, es zeigt alles in der Wohnung. Leute darauf hin, dass sie nicht fit waren und nicht in der Lage waren, diesen ganzen formellen Bürokraten-Ding zu machen. Und da glaube ich, da kann der Staat gar nicht so streng sein, vor allem, wenn sie zwar keine Kinder hat. Es gibt da Schmutzlusten. Gibt es schon? Problem? Es gibt ja bei mehreren Beamten die Handlungsfreiheit, also so ein Handlungsspiel. Ja, genau. Und in so einem Sozialamt und so, aber dann muss das ja möglich sein. Da kann man ja nicht nur so einen Spaß und Preis. Ja, natürlich. Also deshalb, ohne dass ich das weiß, denke ich mir, der gesunde Menschenverstand sagt, dass das nicht gehen kann, wenn es von Kindern aus dem Haus sind, in Kindergarten und Schule, dass ich die Mutter rausschmeiße. Das kann nicht sein. Das liegt halt wirklich an Beamten, um den man den Beamten dreht. Das kann aber leider schon so sein. So, dass ich es gehen hätte müssen? Ja. Und das Problem, und das wollen wir eigentlich auch problematisieren, ist, man muss eigentlich psychisch gesund sein, um sich in so einer Situation zu helfen. Und jetzt, wir haben ja jetzt jemanden, der, vielleicht gibt es in der Notunterkünfte und so weiter, aber wir haben jetzt jemanden bewusst dargestellt, der einfach psychisch so fertig ist, dass er sich nicht mehr helfen kann. Und ich bin auch eine Gewichtsvollzieherin, die wirklich reinigen Job macht, die es auch gibt. Also, die machen ja auch diesen Job so radikal, weil sie ja selber wissen, wenn ich meinen Job nicht so radikal mache, bin ich vielleicht auch bald auf der anderen Seite. Ja, oder sie müssen sich halt einfach auch abgrenzen. Also, das halt ja kein Mensch auf Dauer aus, solche Zwangsräumungen. Und das ist halt einfach das Brett vor das Gesicht. Und anders würde es das nicht aushalten. Würde es das jetzt auch nicht machen. Ich denke auch, da hilft nur praktische Solidarität durch Freunde, durch Bekannte, durch Nachbarschaftshilfe, dass man so Zwangsräumungen verhindern kann. Das letzte Mal war der Vermieter dabei. Das war total interessant, das war selber ein Vermieter. Und der hat am Anfang noch, wie man vor der Türe gestanden hat, mitgeschimpft über die. Die hat ja die Miete nicht bezahlt und da haben wir noch gemeinsam geschimpft und geschimpft und geschimpft. Und dann hat er die wirklich sitzen sehen. Und dann hat er wirklich gesagt, naja, also da müssen wir jetzt doch was machen. Und hat dann Solidarität auf einmal mit ihr gehabt, obwohl er vorher zu mir gehalten hat. Also das war auch total interessant, dass der Vermieter dann selber gemerkt hat, und ich kann vielleicht doch noch mal einen Schritt zurückgehen und schauen. Ich persönlich finde jetzt eigentlich, dass es eine sehr schöne Schlussintervention war, die uns irgendwie Hoffnung gibt, weil das auch ein bisschen so unser Anspruch vom Theater ist, dass wir zu Solidarität aufrufen, wir müssen die Sachen eigentlich selber regeln. Wir haben ja momentan in der Gesellschaft, in der Wirtschaftssysteme, wie auch immer man das nennen will, wo es eigentlich keinem so wirklich gut geht. Hat man eigentlich das Recht, sich irgendwie anwaltlich vertreten zu lassen, um das noch irgendwie aufzuschieben? Oder muss man dann die Anwaltskosten auch noch zahlen? Oder müssen die in so Sozialeignungsverfahren, dann kostenfrei oder bis jetzt? Ja, das geht schon relativ schnell. Ja, das braucht man schon, wenn man jetzt von Hartz IV nicht das Recht zum Beratungsgutschein zu beantragen hat. Aber das ist natürlich in der Situation dann schon relativ spät oder relativ viel weh. Und es dauert halt und das Problem ist, ob Sie wirklich, wenn Sie so depressiv ist, da sind... Nee, ob die Nachbarn nicht. Genau, die Nachbarn nicht. Nur bis man sowas... Also bis der Antrag durchgeht und das bearbeitet wird... Nein, das geht schon relativ schnell. Da muss man auf jeden Fall... Ja, klar, die Beratungsgutschein, aber den Entscheid, ja. Aber da musst du halt noch die Beratungsgutschein... Also diese Leute, die dann von Transräumung betroffen sind, die haben da einen großen Berg von Schulden, weil die müssen ja das ganze Verfahren zahlen, das der Vermieter da angestrengt hat, die ganzen Prozesskosten, sind mehrere tausend Euro. Von diesen Sachen wird die Frau Huber da nicht getreut sein. Was ich ja schon mal gehört habe, ist eine Familie, die hat einen Zwang, die hat aus der Wohnung raus, müssen weil die zu groß war, dann hat das Amt ein Zimmer zugestellt. Das durften wir dann einfach nur nachziehen, damit die Wohnung nicht einer wird. Das ist eine Absprache mit dem Vermieter natürlich, weil der Vermieter hat natürlich auch akzeptieren müssen, dass er weniger Miete dann bekommt. Ich habe so einen Fall im Frontal 21 oder 20 berichtet, da hat ja jeder, wo es im Prinzip davon kommt, der eine hat das Zimmer nicht mehr gehabt, der andere hat immer noch Mieter gehabt in der Wohnung. Aber es ist da mehrmals in welchem Irrsinn das Ganze hinführt. Unglaublich. Aber die Familie, die darin wohnt hat, die hat davon profitiert, weil sie nicht ausziehen musste. Gut, aber der profitiert davon, dass dann so ein schlechtes Zimmer ist. Ja, genau. Aber das Formel ist wieder eingehalten, dass nur Zohn drüber dran liegt. Ja, das ist einfach Frauen, Hartz-IV-Frauen mit zwei Kindern nämlich nur bewusst. Und da kommt alle paar Monate jemand von Amt, der da nachschaut, dass da wirklich keiner drin ist und zum Beispiel den Heizkörper abliest, ob da ein Jahr nicht geheizt worden ist. Wenn da geheizt worden wäre in der Zwischenzeit, dann kommt es ein Problem. Dann gibt es dafür, dass es nicht benutzt worden ist. Ja. Du unterstehst totale Kontrolle, wenn es praktisch im Hartz IV oder in einer solchen Situation ist. Das ist auch noch ein Problem. Ja, machen wir vielleicht, wenn wir Lust haben, noch eine kleine Diskussion, was uns natürlich einmal sehr interessiert hinterher, wie es euch gegangen ist, was für die Szene euch vielleicht am meisten berührt hat, was ihr jetzt unrealistisch oder auch unrealistisch empfunden habt. Ja, ich wollte nur noch zu dieser Szene sagen, dass ich es auch gedenkenswert finde, dass die Frau da alleine lebt und niemand mitbekommt, alle schreiben ihre Briefe, es kommt keine Reaktion, also dass auch niemand vorher auf die Idee kam, ist da eigentlich alles in Ordnung, die hat doch zwei Kinder, wie läuft es da? Also, dass da vielleicht jemand vom Amt mal vorbeischaut, vom Jugendamt oder… Das stimmt, weil ich meine, wenn es jetzt so eine nette Nachbarin gehabt hätte, wie jetzt in dem Beispiel, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, dass sie sich nicht ganz abschließt. Ja, von Amts wegen ist das Problem, dass man den Datenschutz, die dürfen die Daten nicht weitergeben, deswegen dürfen die da auch nicht jetzt hier mit einem Blockabmesser machen und dürfen da auch niemandem einschicken. Die dürften, wenn überhaupt, nur selber hingehen. Und wenn du aber, was 87.000 Seiten Akte zu beantworten hast, dann kannst du dich ja nur noch aufgucken, die ist da runtergekommen. Ja, aber ich meine, sie war ja auch bei der Sozialarbeiterin, also man weiß ja nicht, wie die Geschichte, wie man sich dann… Ist das eine Meldung? Also das ist ja der Sozialarbeiterin, die sagt, ich habe das überzogen. Weil ich alle anderen bin und wir haben genauso so einen Förderverein und ich kenne das schon auch vom Kindergarten und so weiter, dass man wirklich, sobald ein Kind kommt und sagt, es kann nicht auf die Skifahrt fahren oder das Essen nicht zahlen, dann setzen sie sofort later kleine Rädchen in Bewegung und dann wird den Leuten eigentlich, finde ich, schon ziemlich unbürokratisch geholfen mit, dass man sagt, man übernimmt die Hälfte, man schießt das Essdor und so weiter. Also das ist vielleicht, wenn man natürlich eine Rädchen-Schule hat, aber so kurz, so Fördervereine und so weiter schauen wir eigentlich schon, dass gerade bei so Beteiligungen wie Essen und Fahrten die Schüler schon alle mitfahren können. Das ist vielleicht ein bisschen streng gespielt worden. Also wir haben, was wir da auch problematisieren wollten, ist im Prinzip, dass man eigentlich immer so in die Situation ist, man muss ein Bittsteller sein. Also dass es eigentlich von staatlicher Seite da keine wirklichen Töpfe gibt, sondern dann von privater Seite über Fördergelder und so weiter kann man vielleicht noch so Sachen finanzieren. Man ist dauernd im Stress, wo kann ich vielleicht ein bisschen Geld mehr bekommen, anstatt dass die Leute, vor allem Mütter, die in einer schwierigen Situation sind, Unterstützung, ja, sogenannte unbürokratische Unterstützung bekommen. Aber in diesem Fall haben wir so ähnlich nachrecherchiert bei einer Jugendsozialarbeiterin, die uns das so geschildert hat. Eben diesen Behördenkrampf, dass die nicht das vorausgenehmigen, sondern immer wieder neu und das dann einfach zwei, drei Monate zum Verzug kommt, wie gesagt, weil dann Schuljahr noch nicht angegangen ist und das ständig wieder neu gemacht werden muss. Und Sie halt als Jugendsozialarbeiterin auch immer wieder mehr damit beschäftigt ist, die Leute bei den Anträgen zu helfen, sondern wie eigentliche Sozialarbeit zu machen, mit den Kindern sich irgendwie zu beschäftigen. Wo ist die Szene her? Nur mal kurz zur Räumungsszene, also ich kann jetzt nur von der Stadt München sprechen und von der, ich glaube, soweit doch nicht einmaligen Situation in München, dass in der Stadt sehr verblieft ist, dass jedem Wohnraum, der in der Stadt gemeldet ist, gegeben werden muss. Das ist irgendwie organisiert worden, da sind auch die Sozialbürgerhäuser in München da. Einen sehr interessanten Fall war eben gehabt. Klar, wenn die Leute in einer psychischen Situation sind und auf keine Briefe mehr reagieren und aufs Klopfen nicht mehr reagieren, aufs Klingeln nicht mehr reagieren, dann tun sich auch die schwer. Nur ab einer bestimmten Mahnstufe kommen bei diesen Leuten, kommen dann Menschen von der Caritas vorbei und hängen dort Zettel an die Tür, nachdem sie auch wirklich sehr lange warten, auf den sie draufschreiben. Wir haben von ihrer Situation mitbekommen und würden gerne vermitteln bzw. ihnen helfen. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, ab welchem Punkt die auf die Daten wiederum zurückgreifen können oder die denen zur Verfügung stehen, weil dann geht ja eigentlich davon aus, dass das ein geschlossener Kreislauf ist, in dem quasi der Kläger und der Beklagte eine bestimmte Kommunikation haben, aber auch die schließt nicht aus, dass die Leute eben noch nicht mehr darauf reagieren. Man versucht von anderer Seite Hilfestellung zu leisten, merkt aber auch, dass man selbst da scheitert, weil der, der da drin sitzt, der kriegt das vielleicht überhaupt nicht mehr mit, für den ist in dem Moment alles fremd. Der in so einer Situation, in so einem Loch drin ist, der sieht nur noch die Wände, aber nicht mehr das Licht da oben. Und das kann, egal wer das sein, es sind nur noch alles mit Abschlag da außen herum. Und selbst die Hilfestellung und Hilfelleistung. Da frage ich mich dann auch, wo kann man da ansetzen? Nachbarschaftshilfe ist klar, das ist das Wichtigste, was wir damit haben. Und auch die Situation muss natürlich dann auch glücklich sein, weil gerade Gerichtsvollzieher suchen sich Situationen raus, sind die grünen, die Nachbarn da sind, die müssen gestürzt und dropen abgegeben. Ich denke, wir haben Möglichkeit für den sozialen Netz da auch was zu machen und das zu produzieren. Das müssen wir wirklich auch uns bewusst vor Augen halten und das nicht alle wegschleifen lassen. Weil sonst, das ist einer gleich relativ mahnt aus unserer unglücklichen jüngeren Geschichte, verschwinden wieder Menschen und wir bemerken es erst zu spät. Und diese soziale Wachsamkeit, diese Ade, die sie eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg hier aufgebaut hat, das ist unser heutiges gegenwärtiges kulturelle Erbe. Und das habe ich in sehr vielen Szenen gesehen, dass eine regelrechte Segregation stattfindet zwischen denen, die entweder haben oder unter denen stehen, die haben und dieses System verteidigen, und denen, die aus diesem System ausgeschlossen werden. Dort ist eine Kommunikationskluft entstanden. Und die ist gefährlich. Ja. Wenn noch jemand so als Zähne was sagen, wo es ihn berührt hat, dass ihn berührt hat. Also ich wollte ja auch noch zu der erste Dinge sagen, dass eigentlich in solchen Fällen ist halt die Frage, ob man vorher weiß, was da auf einen zukommt. Aber wenn man es abschätzen kann, oder eigentlich sogar soll es pauschal so sein, dass immer irgendwie ein Psychologe oder Sozialarbeiter da mitgeht, finde ich. Und bei so Zwangsräumungen. Weil wenn dann nur die Gerichtsvollzieherin da ist, die dann stur ihr Programm durchzieht, dann ist das für die ein Gefallender aus allen Wolken. Das ist für die der schlimmste Tag ihres ganzen Lebens. Ja, also auf jeden Fall. Deswegen wird es auf jeden Fall angebracht, eine Unterstützung, eine neutrale Person, die da irgendwie psychischerweise belastet. Oder zumindest, dass die Gerichtsvollzieherin wenigstens Hinweise gibt, wo sie sich jetzt hinwenden soll. Und nicht sagen, dann müssen sie sich um alles selber kümmern. Und nur wo es Leute gibt, die dann unterstützen und vermitteln was können. Also es scheint schon so zu sein in Regensburg auch, dass jemand normal mitgeht vom Jugendamt, wenn sie es mitbekommen, dass da was nicht in Ordnung ist. Leider ist aber, wenn es ja die Nachrichten verfolgt, die dann auch ein bisschen über Deutschland hinausspannen oder so, weil das eventuell auch eine Zukunft sein könnte, die uns irgendwann einmal blüht, wenn die Wirtschaftskrise auch nach Deutschland durchgeschlagen hat, wo jeden Tag mehrere hundert Wohnungen geräumt werden. In Berlin haben wir aber momentan aktuell einen Fall, wo eine türkische Familie rausgeschmissen werden soll, weil sie irgendwie die Mieter zu spät überwiesen haben. Das ist ein ganzer haussträubender Fall, wo jetzt schon zweimal die Zwangsräumung verschoben worden ist, weil sich die Nachbarschaft einfach so dagegen gewehrt hat, die Öffentlichkeit, die Medien mobilisiert hat. Also es geht schon mehr in die Richtung, dass man knallhart diese Dinge durchzieht. Du hast Schulden gemacht, du musst dafür einstehen, ganz egal, wie auch immer. Such dir eine fälligere Wohnung, du bist selber schuld. Also das ist die ganze Ideologie, die momentan so über uns drüber spart. Also ich wollte dazu noch was erzählen, weil es mir in meinem Praktikum begegnet und das ist eigentlich eine ziemlich schöne Geschichte, das ist ein Klient, sag ich jetzt mal, der ist hoffnungslos überschuldet und hat halt auch Mietschulden in ungefähr 2.500 Euro oder sowas und wurde dann auch zwangsgeräumt und ist dann halt in der Einrichtung, wo ich jetzt mein Praktikum mache, gelandet. Und ist da halt auf Hartz IV und Sozialliefer untergebracht. Und dann haben wir halt angefangen, alle seine Gläubiger anzuschreiben und die einfach mal ganz schlecht um einen Schuldenerlass zu bitten, weil er halt nur Hartz IV hat. Und das alles, also letztendlich muss er mit 100 Euro im Monat so, also hat er Taschengeld quasi und verfügt sonst über kein Geld. Und die haben dann irgendwann nach drei Wochen oder sowas anruft und gesagt, ja, sie warten noch auf Kostenvoranschläge von der Räumungsfirma und von Gerichtskosten und Anwaltskosten und so weiter und so fort und darum haben sie noch nicht geantwortet. Und dann kam irgendwann ein Schreiben, glaub ihr, erlassen Ihnen Ihre Schulden in Höhe von 8.000 Euro. Und das war echt super cool. Also klar. Aber der war dann nicht psychisch krank, schätze ich, ne? Wenn er sich so aufraffen kann und sowas zu machen. Ja, ne, also von der hätte er das nicht gemacht. Okay. Also der ist nicht psychisch krank, aber er ist nicht sehr selbstständig, sag ich mal so. Also das habt ihr gemacht? Ja, genau. Ja, ich finde, man muss aber auch die Vermieter sehen. Also ich finde schon, dass man keine Leute aus der Wohnung schmeißen sollte und dass man denen Zeit geben sollte, sich noch was umzugucken und so weiter. Aber ich kann es schon auch verstehen, dass ein Vermieter sich ans Gericht wendet und sagt, der hat die Miete nicht bezahlt und die sitzen ja auf den Heizkosten und auf den Nebenkosten und haben das ja vielleicht so angelegt, dass er sagt dann, okay, ich kaufe mir die Wohnung und den Kredit dafür auf und bezahle den mit der Miete dann ab. Und die können ja da auch eine große Schwierigkeit bekommen. Also klar, irgendwo beginnen dort die Probleme eigentlich ganz woanders. Die Leute haben kein Geld mehr. Also Leiharbeit hat hier das Ganze oder so einen riesigen Niedriglohnsektor geschafft, wenn nach ganz seinen steigenden Mieten und so weiter. Jetzt haben die Vermieter auch das Problem, dass keine Nachfrage oder keine finanzträgliche Nachfrage mehr haben. Und ob jetzt die Vermieter, also die werden normalerweise immer als böse hingestellt, aber bis du schon sagst, waren wir auch in der Zwangslage, die leiden natürlich auch darunter, wenn keiner mehr Geld hat, wenn kein Mindestlohn da ist und so. Und die Bürokratie finde ich einfach unglaublich. Jetzt wenn man sagt, man hat studiert und so und dann sitzt man vor so einem Antrag, da hat man es ja oft schon schwer. Aber wenn man dann denkt, wer beantragt denn die ganzen, wer bearbeitet denn die Anträge? Also das sind ja oft eben Leute, die nicht so hohe Schulbildung haben. Und dass sie dann oft überfordert sind mit diesem Ganzen. Weil normalerweise kannst du ja dann vielleicht den Mietzuschuss von Hartz IV gleich auf das Konto vom Vermieter überlegen. Also es gäbe ja immer wieder Möglichkeiten. Aber ich habe mal mit jemandem zusammengekommen, der hat wieder Post ausgemacht, die Verbehördenkommasen, der hat das schön gestapelt, weil das hat dann überfordert. Das war aber Typ Anfang 20. Also das ist einfach dieser Bürokratismus, der viele total abschreckt. Und dann kommt schon der dritte Brief, oh den mache ich schon gar nicht mehr auf. Und so kommen die ja oft in den Teufelskreis. Weil es zeigt ja, wenn die dann Hilfe annehmen, die Leute sagen ja nicht so. Die lassen dann ja Schulden oder die sagen dann ja, okay, es wird schon wieder, gebe ich dir mal eine Minderung. Wenn man mit den Leuten redet, sagen die ja oft gar nicht so viel her. Aber wenn nie was kommt, dann geht man ja erstmal davon aus, dass das ein fauler Typ ist, der sich um nichts kümmert. Das stimmt ja auch total. Aber was ist die Ursache? Dieser Bürokratismus, den du auch am Anfang mal gezeigt hast, den finde ich schlimm. Ich habe jetzt leider die leidige Pflicht, praktisch die Veranstaltung jetzt leider zum Ende zu führen, weil um Viertel nach 1915, Viertel nach 1915, kommt eine andere Veranstaltung rein. Und bis dahin müssen wir alles abgebaut haben. Die Heidi hat schon geschaut jetzt ein bisschen, waren wir endlich. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Handlos mitgeben können heute Nachmittag. Und jetzt könnt ihr ja auch heute abends euch wieder fröhlich saufen. Nachmittag ein Stück. Ich freue mich, wo vorher auch da war. Ich war leider schon weg müssen. Ich habe gesagt, ich hätte fast bei jeder Szene zum Weinen anfangen können, weil ich auch. Sie war auch lange Zeit nicht so mit Geld gesegnet und trotzdem sehr hineinversetzen können. Das hat mich natürlich auch wieder sehr getroffen und wir hoffen, dass die Zeiten besser werden. Danke schön.